Und dann wollte ich auch unbedingt beschäftigt sein und dann kam es zu diesem Teufelskreis, bei dem ich halt irgendwie immer das Gefühl hatte, ich war der King of the Hill. Ich war der beschäftigste Typ. Niemand hatte so viel zu tun wie ich. Wow, bin ich cool. Das ist aber auch echt viele Träume. Ich habe echt viele Träume. So im Nachhinein finde ich, ist es ein Fehlkauf. Ich glaube, das ist auch eigentlich das, was ich sozusagen im sozialen Bereich verfolgen sollte. Okay. Gut, dass das mal jemand gesagt hat. Ja, es ist doch die Wahrheit. Ja, es ist auch die Wahrheit. Die nackte Wahrheit mit Lucia Wunsch. Danke. Herzlich willkommen bei die nackte Wahrheit. Mit Lucia Wunsch. Und dann ziehen sich alle aus. Ja. Okay, fangen wir jetzt an? Ich glaube schon. Hast du eine Geschichte vorbereitet? So was in der Art. Leute, alles, was wir erwähnen, findet man in den Shownotes. Also ihr müsst nicht irgendwie versuchen mitzuschreiben oder demotiviert zu werden, weil es so viel ist. Es steht alles da. Also schaut es euch gerne in Ruhe an. Lucia kümmert sich drum. Genug Lucia für alle. Genau. Meine Geschichte. Oh Gott, Lucia, warum sagst du das immer? Okay, let's go. Ich höre dir zu. Ja. Meine Geschichte heißt Anfang September, ein Höllenritt. So. Ähm. Ich habe eine Gewohnheit, über die ich nachher noch irgendwie reden wollte, nehme ich jetzt quasi schon mal ein bisschen vorweg. Nämlich To-Do-Listen. Spoiler-Alert. Ja. Also ich erzähle es nicht zweimal, sondern ich erzähle es jetzt am Anfang. To-Do-Listen. So. Also die letzten zwei Wochen waren für mich ehrlich gesagt richtig overwhelming. So. Oder sagen wir eher, sie wären overwhelming gewesen. Aber wie heißt es so schön? Man baut sich Systeme in den guten Zeiten auf, damit man sich auf sie in schlechten Zeiten verlassen kann. Und ich glaube, ich will einfach mal ein bisschen auflisten, mit was ich die letzten zwei Wochen so zu kämpfen hatte. Und ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die wären schon bei einer dieser Sachen irgendwie überfordert gewesen. Ist jetzt so ein, naja, ich sag's jetzt einfach mal. Also, ich erfahre von meinem Erstprüfer für die Bachelorarbeit, dass er seine Stelle wechselt und ich mich um eine neue Betreuung für die Bachelorarbeit kümmern muss. Ich musste noch drei Essays für mein Seminar schreiben. Ich habe eine Webserie produziert und mich um die Technik, Location und Schauspieler gekümmert. Und der Dreh war gestern zu Ende. Ich habe ein Jobangebot bekommen und musste mich und meinen Chef von mir selbst überzeugen und gleichzeitig managen, dass meine alten Jobs frühzeitig beendet werden. Und ich habe für diese beiden Jobs auch in den letzten paar Tagen auch noch arbeiten müssen. So. Es waren irgendwie so viele Sachen, die gleichzeitig meine Aufmerksamkeit benötigt haben. Und es war richtig krass, so. Und was mir da halt richtig geholfen hat, sind einfach To-Do-Listen gewesen. So. Ich finde, es tut richtig gut, eben nicht alles im Kopf haben zu müssen. Und gestern Abend war irgendwie alles davon vorbei und ich war richtig fertig. Also so vor allem gestern. Ich musste für diese Essays noch bis zum Abgabedatum, zum letzten Schreiben, wie ich halt so bin. Und dann war ich irgendwie immer noch so wach und ich konnte nicht reinschlafen und so. Und dann mussten wir eben noch heute Morgen eben noch die Sachen aufräumen und so weiter. Also ich war schon richtig fertig davon, aber es geht jetzt einfach weiter. So als wäre wirklich nichts so richtig gewesen. Und ich reflektiere gerade so drüber, ich habe in den letzten sieben Tagen einfach die Weichen für meine nächsten Monate und Jahre gestellt. Und jetzt geht es einfach weiter, als wären es Tage gewesen wie sonst auch. Und das ist irgendwie krass. Da habe ich wirklich gemerkt, das ist so eine Art Probe gewesen. Und irgendwie habe ich sie schon bestanden. Vielleicht nicht perfekt so. An der einen oder anderen Stelle habe ich definitiv Fehler gemacht. Aber insgesamt bin ich mit dieser ganzen Situation eigentlich ziemlich gut klargekommen. Und das fühlt sich voll gut an. Fertig. Ende, fertig, aus, Podcast zu Ende. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Goals and Gossip. See you in Staffel 3. Heute ist übrigens die letzte Folge dieser Staffel. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Wir sind alle sehr melancholisch und traurig darüber, dass wir jetzt wieder eine Pause einlegen. Ja, sind wir. Okay. An dieser Stelle werde ich jetzt meine Geschichte beginnen. Und ich möchte nur einmal previewen. Es ist keine Kritik an dir. Es ist eine Erkenntnis, die ich hatte. Oh Gott. Solche Previews sind echt schlimm. Also, okay. Meine Geschichte heißt Sneaker und andere Dinge, die ich eigentlich nicht tragen möchte. Ich glaube, Nick weiß schon, was kommt. Also, der Nick und ich, wir waren ja letztens shoppen zusammen. Und also, ich hatte ihn gefragt, können wir das zusammen machen? Und ich war auch so mit der, ich bin da irgendwie auch so mit der Einstellung hingegangen, ja, ich probiere jetzt mal was Neues. Und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Farbe oder so. Weil grundsätzlich ist meine Garderobe ja eher so ein bisschen weiß und schwarz und grau und vielleicht mal so ein bisschen rot. Und wie man jetzt an dieser Aufnahme gerade auch ein bisschen sieht, ist meine ab und zu auch mal bunte. Naja, auf jeden Fall, wir waren dann irgendwie im Deichmann. Und dann hatte ich eine sehr interessante Diskussion darüber, wie viele Paar weiße Sneaker man braucht. Meiner Meinung nach nicht mehr als eine. Nick, was denkst du darüber? Zwei. Okay, und was denkt deine Mutter darüber? Mehr als zwei. Mehr als zwei. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann diese weißen Sneaker gekauft. Und in dem Moment hat es sich auch irgendwie gut angefühlt. Ich habe sie mir angeguckt und dachte so, ja, vielleicht ist das was, was irgendwie, was für mich sein könnte. Und jetzt habe ich diese Sneaker die letzten Tage getragen und ich muss leider sagen, es ist nichts für mich. Ich werde sie trotzdem weiter tragen. Ich habe sie gekauft, also ich werfe die jetzt nicht weg oder ich verschenke sie nicht, auf gar keinen Fall. Aber ich merke, das ist nicht mein Ding und ich glaube, das ist okay, das zu merken. Und dann habe ich mit einer Freundin darüber geredet, dass ich irgendwie so, ich dachte, ich gehe jetzt einkaufen und dann probiere ich mal so ein paar Sachen aus, die ich normalerweise nicht tragen würde. Und dann hat sie so zu mir gesagt, ah ja genau, dann habe ich eben so zu ihr gesagt, ja ich dachte mal, ich probiere eben was Neues aus und ziehe mal Sachen an, die ich normalerweise nicht tragen würde, wie ich eben schon gesagt habe. Und ihre Antwort war so, warum musst du Sachen anziehen, die dir nicht gefallen? Und dann war mir klar, ich musste es nicht. Ja, das war meine Geschichte mit meiner Erkenntnis daraus, es war okay, Dinge auszuprobieren, aber in mancher Hinsicht muss man das, glaube ich, nicht immer tun. Okay, wir schicken diese Folge mal Lili und dann gucken wir, was sie dazu zu sagen hat. Shoutout an dieser Stelle an Lili, danke, dass ihr das mit mir gemacht habt, das war wirklich sehr nett und ich bin sehr froh, dass wir diese Sachen gekauft haben. Ich habe nur einige Dinge über mich gelernt die letzten Tage. Okay. Ist das eine Kritik gewesen an dir? Nee, ne? Ich glaube nicht. Hast du das natürlich angegriffen? Nee. Okay, gut. Das wollte ich nochmal klarstellen, weil das ist so nicht gemeint. Ja. Das ist ja nicht meine Schuld, wenn du nichts von Stil verstehst. Oh mein Gott. Es fällt mir so schwer, nichts zu deinem T-Shirt jetzt zu sagen. Okidoki. Okay. Also, Ende der Staffel. Wir sind beide sehr traurig, tatsächlich. Aber wir brauchen eine Pause. Das heißt, wir brauchen eine Pause. Wir machen eine Pause. Und werden dann in der Staffel 3 aufnehmen. Ghost & Gossip leben weiter. Aber, wie gesagt, wir machen eine Pause. Und als Abschluss haben wir uns überlegt, wir reden doch mal einfach über so ganz pragmatische Dinge. Tipps, Tools, Ideen, die uns im Leben begleiten und die euch vielleicht auch etwas bringen könnten. Das kommt, glaube ich, tatsächlich ursprünglich daher, dass die meiste Resonanz, die wir zu irgendwelchen Folgen bekommen haben, war zu dieser Folge, in der wir über diese 100-Dreams-Liste geredet haben. Und das ist ja ungefähr so das pragmatischste überhaupt. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das die Initiation war, doch mal über so Werkzeuge zu reden oder so. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Die Leute, die uns jetzt schon länger hören, die können sich ja noch daran erinnern, dass wir in der ersten Staffel irgendwie immer am Ende der Folge versucht haben, Methoden und Tools abzuleiten aus den Themen, die wir besprochen haben. Und für Staffel 2 haben wir uns ja aktiv dagegen entschieden, das zu machen, weil irgendwie der Anspruch ein bisschen komisch war und wir authentischere Gespräche führen wollten, anstatt uns immer an so einer Liste entlang zu hangeln und so. Und deswegen haben wir gedacht, okay, guck mal und packen es einfach in die letzte Folge der zweiten Staffel und schauen mal, was da rauskommt. Und here we are! Here we are! Ja, also, richtig. Ich finde, was ist für dich an der 100-Träume-Liste eigentlich pragmatisch? Weil ich finde die nicht unbedingt pragmatisch. Es geht ja nicht so sehr darum, was sich so richtig konkret daraus ableitet. Also, nach meinem Verständnis. Also, ich habe so das Gefühl, sie ist pragmatisch in dem Sinne von, dass es so ein sehr leicht zugängliches Werkzeug ist, um sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, was möchte ich denn eigentlich vom Leben? Und ich habe so das Gefühl, für viele Leute kann das so eine Initiation sein, so als erster Gedanke. Und das finde ich schon sehr pragmatisch, weil es ist doch so, weil die meisten Leute haben irgendwelche Träume und schreiben sich diese Träume nicht auf. Und von dem her finde ich das total pragmatisch. Okay. Also, natürlich ist sozusagen, die Umsetzung ist nochmal was anderes, weil das ist ja auch was, was wir in einer späteren Folge thematisieren wollen. So, die Frage, schreibst du das Ding auf und dann steht es da halt irgendwo, aber du tust nichts dafür. Genau, weil das ist so ein bisschen, was bei mir dieser Pragmatismus auch ausmacht. Es ist so, okay, du kannst es voll einfach runterschreiben und ich habe die 100-Träume-Liste in den letzten Wochen auch ein paar Leuten empfohlen, aber was dann, ist halt, finde ich schon wichtig. Also, wenn du für dich nicht mal klar hast, was du eigentlich möchtest, dann ist die 100-Träume-Liste super, aber was passiert dann, das ist so eine wichtige Frage, die bei mir fehlt. Und, also, die die 100-Träume-Liste halt nicht so richtig beantworten kann und deswegen fehlt mir das Prädikat sehr pragmatisch, vielleicht. Ja, okay, aber das macht für mich Sinn. Ja, okay, jetzt sehe ich einen. Aber es ist so, für mich ist es so ein bisschen so, ein bisschen wie Ziele formulieren, dann hast du halt irgendwie so ein Ziel, aber das ist ja noch nicht, das heißt, du bist noch nicht dran, das heißt, da fehlen noch kleinere Schritte, die du tun musst, um da irgendwie hinzukommen. Und für mich ist es halt einfach so ein erster Schritt. Ja, und es ist ja auch ein schöner erster Schritt. Also, ich habe eigentlich schon fast Lust, einfach eine neue 100-Träume-Liste zu schreiben, einfach um diesen Prozess nochmal durchzumachen. Ich muss aber auch echt viele Träume. Ich habe echt viele Träume. Ich bin immer noch nicht fertig. Just saying, ich habe es letztens gezählt, ich bin irgendwie bei 70. Immerhin, du kommst den 100 nah. Das stimmt. Es ist schon zweistellig. So kann man es auch sehen. Okay, irgendwann machen wir mal ein Update darüber und dann gucken wir weiter. In zwei Wochen, wir wissen es beide. Vielleicht. Maybe. Okay, also, worum es heute gehen soll. Wir haben drei Kategorien für uns so ein bisschen formuliert. Anschaffungen, pragmatische Anschaffungen, pragmatische Gewohnheiten und pragmatische Konzepte. Also, einfach so Sachen, die uns beschäftigt haben, die uns irgendwie was gebracht haben, worüber wir einfach ein bisschen reden wollen. Let's go. Also, let's go. Und wir fangen mit den Anschaffungen an, ne? Ja, hätte ich jetzt auch gemacht. Ich spüre das schon, dass wir da einige Überschneidungen haben werden. Echt? Ah, das werden wir noch sehen. Okay. Ich glaube, es wird keine einzige Überschneidung geben. Interessant. Ja. Okay. Die erste Anschaffung, über die ich reden will, sind meine AirPods. Ich sag's doch. Hast du auch AirPods? Bei mir Bluetooth-Kopfhörer und Sport-Kopfhörer. Ach, fuck. Okay. Na gut. Keine einzige Überschneidung. Wette gewonnen. Ich wollte immerhin... Wir haben keine Wette abgeschlossen. Aber, ähm... Ihr habt's doch alle gehört, oder? Ein bisschen schon, ja. Aber ich wollte explizit nicht irgendwie über meine Noise-Canceling-Kopfhörer reden. So, die habe ich in der letzten Zeit nicht so oft benutzt. Aber meine AirPods benutze ich wirklich andauernd. Und ich finde es richtig schön, weil sie so bequem sind. Und es ist einfach bequem, Musik zu hören. Es gibt kein Kabel. Es gibt eine sofortige Verbindung mit dem Gerät. Die Batterielaufzeit kommt eigentlich nie in die Quere. Und sie sind irgendwie so leicht, dass man sie irgendwann nicht mehr spürt. Also, irgendwann sind sie einfach da. Und währenddessen so Bügel-Kopfhörer, wie du sie gerade trägst, die sind immer bei mir im Bewusstsein. Und demgegenüber, diese Dinger vergesse ich irgendwann. Und das ist natürlich in irgendeiner Weise ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn es einfach darum geht, zu telefonieren, ich liebe es, mit diesen AirPods zu telefonieren. Es ist so fantastisch, weil man sich frei bewegen kann, wie man möchte und sowas. Deswegen ist das quasi meine erste pragmatische Anschaffung auf der Liste. Interessant. Bei mir ist es nämlich tatsächlich, bei den Kopfhörern ist es auch so, wenn ich mit denen telefoniere, ich fände das so geil. Weil man einfach, man muss das Handy nicht als Ohr halten. Ich hasse das, mit dem Handy am Ohr zu telefonieren. Und bei mir ist tatsächlich, ich frage mich manchmal, ob meine Kopfhörer überhaupt noise cancelling. Also ich habe eben, ich habe Bluetooth, noise cancelling, das sind diese Kopfhörer und Sportkopfhörer aufgeschrieben. Weil das für mich zwei unterschiedliche Dinge sind, aber von denen ich sagen muss, die beeinflussen mein Leben oder vereinfachen mein Leben, krass. Und bei den großen, also bei denen, die ich jetzt anhabe, weiß ich nicht mal genau, ob sie wirklich richtig noise cancelling haben. Aber ich finde sie einfach extrem praktisch. Und allein dadurch, dass ich sie halt über den Kopf mache, komme ich fast nichts anderes mit. Und beim Konzentrieren hilft es total gut. Und aber auch, darum ist es mir auch wichtig, die Sportkopfhörer draufzuschreiben. Weil für mich, glaube ich, kein Sportgerät oder auch kein anderes Hilfsmittel so sehr beeinflusst, dass ich Sport mache wie meine Sportkopfhörer. Weil es so viel angenehmer ist mit Sport, also mit Sportkopfhörer meine ich auch kabellos. Das sind so, die zum in die Ohren stecken, so kleine Kopfhörer zum in die Ohren stecken. Ich habe ESC-Sounds, das ist so eine Marke, die häufig für irgendwie Crossfitter irgendwie Sponsor ist. Und ich bin auch super happy mit denen. Die waren relativ günstig, fand ich. Ja, eigentlich ist es an dieser Stelle einfach nur Werbung. Aber ich will einfach nur sagen, ich bin, naja, du hast auch Werbung gemacht für die Airpods. Zwei sehr gute Sachen für mich. Wirklich. Und ich benutze mindestens eins davon jeden Tag. Ja. Ja. Ich eigentlich auch. Wir sollten eigentlich auch mal über Musik reden. So über unseren Musikgeschmack und so. Weil ich glaube, dass das einfach so unglaublich auseinander geht. Ja, ich weiß nicht. Also bei den meisten Sachen, die ich höre, weiß ich nicht mal, was für eine Musikrichtung ist. Es ist einfach so. Aber ich kenne mich bei Musikrichtungen eh nicht aus. Wenn du dann mir erzählen würdest, du hörst, das ist jetzt ein Filler, ich weiß nicht, ob du diese Musik hörst, dass du Dubstep hörst, dann wäre ich so, was ist das? Siehst du, du hörst nämlich kein Dubstep. Und ich würde sagen, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, du hörst Dubstep. Aber ich stimme es einfach nicht. Okay, das ist nice. Cool. Okay. Nächste Anschaffung bei mir auf der Liste ist mein legerer Blazer, wie ich ihn nenne. Ich ziehe ihn mal schnell an. Aber ich finde an ihm so cool, dass er irgendwie das Outfit einfach aufwertet, ohne Overkill zu sein, weil er nicht irgendwie so schickimicki ist. Und ich ziehe ihn halt voll gern einfach drüber. Let's go. Okay, ich würde jetzt sehr gerne weiterreden, weil ich habe ein Äquivalent dazu, aber er weiß es noch nicht. Ah ja, er hört mich ja, stimmt. Genau, ich habe ein Äquivalent dazu. Tatsächlich, das aber eine andere Bedeutung wie mich hat. Hörst du mich? Hörst du mich? Okay, dann rede ich einfach weiter. Okay, ich habe an dieser Stelle meine Toms aufgeschrieben. Und zwar Toms sind diese Schuhe, die dafür berühmt geworden sind, dass sie, also das sind so Espadries, sagt man, glaube ich, die für jedes gekaufte Paar ein weiteres gespendet haben. Und die habe ich mir auch gekauft. So, zuerst hatte ich eben die. Und dann habe ich aber irgendwann, letztes Jahr, ziemlich genau letztes Jahr, habe ich schicker Blazer Niklas, habe ich mir eben Schnürschuhe davon gekauft. Und diese Schnürschuhe, die waren am Anfang total schmerzhaft. Die ersten paar Wochen, die ich die getragen habe, habe ich immer Blasen bekommen. Und ich habe jetzt immer noch so eine Wölbung hinten bei meinem Fuß. Aber diese Schuhe sind das Kleidungsteil, das am ehesten dafür sorgt, dass ich mich wohlfühle und dass ich Bock habe, rauszugehen. Und deswegen stehen die auf meiner Liste, weil das so ein Kleidungsteil ist, bei dem ich das Gefühl habe, das sorgt dafür, dass ich ich bin. Und das ist richtig geil. Aber warte mal, sind das auch die, die wir dann gemeinsam in den Müll geschmissen haben? Ja, genau. Von die ich jetzt dieses Jahr wieder neu bestellt habe. Ja, okay, gut. Hast du die mittlerweile, ja, oder? Ja, ja, die habe ich. Gut. Soll ich sie euch zeigen? Brauchst du Beweis? Ich präsentiere mich hier ja auch. Nee, ich weiß nicht, wo sie sind gerade. Ach so, okay. Na gut. Schön. Also ich finde es irgendwie cool, dass bei uns auch bei beiden irgendwie Kleidung da so draufsteht. Ich finde, das gehört auch einfach dazu. Ich auch. So, nächste Sache auf meiner Liste. Ein guter Schreibtischstuhl. So, den, auf dem ich gerade sitze, den habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber ich merke sofort, wenn ich über Stunden auf einem schlechteren Stuhl sitze als den, der war auch relativ teuer. Also ich glaube, der hat irgendwie 300 Euro oder so gekostet, auf dem ich gerade sitze. Aber der hat eben auch dieses, dieses Ding, dass meine Hüfte irgendwie angesprochen wird bei jeder Bewegung. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Das klingt irgendwie merkwürdig sexuell. Ja. Wie das in meinen Rücken gefahren ist. Und in der Hinsicht hat Corona mir was Gutes getan. Ja, und deswegen bin ich irgendwie auch sehr dankbar, dass der hier ist. Und der hat mittlerweile auch voll die Gebrauchsspuren und so. Aber ich finde es irgendwie trotzdem schön. Also das ist Geld, das so 100 Prozent es wert ist. Also das ist richtig krass. Ich überlege, ob ich dazu ein Äquivalent habe. Ich glaube, ich habe was, was so ähnlich. Nein, eigentlich nicht. Egal, ich sage es trotzdem. Und zwar, auf meiner Anschaffungsliste steht ein Messer. Und zwar ein Messer zum Kochen. Und es steht eigentlich für andere, für was anderes. Also es steht natürlich irgendwie fürs Kochen. Und irgendwie sozusagen, für mich ist sozusagen diese Investition von 50 Euro, oder ich glaube, es hat damals 60 Euro gekostet, oder was auch immer, in dieses Messer, das jetzt immer noch scharf ist, mit dem es super viel Spaß macht zu kochen. Irgendwie so symbolisch dafür, dass wenn man Hobbys hat, oder auch irgendwie Dinge, die man lernen möchte, dass es manchmal total nützlich ist, sich hochwertige Werkzeuge dazu zu kaufen. So zum Beispiel auch, wenn man viel schreibt, dass man sich einen guten Schreibschrift kauft. Weil es dann einfach viel einfacher ist, sozusagen eine Gewohnheit, oder irgendwie auch ein Hobby aufzubauen, oder auch daran Spaß zu haben. Weil ganz häufig merke ich so, dass nicht die richtigen Werkzeuge zu haben, hindert irgendwie daran, Spaß an Dingen zu haben. Deswegen habe ich mir diesen Stuhl gekauft, weil es mir einfach, ich wollte einfach lernen, wie man sitzt. Und das macht mir mittlerweile richtig Spaß zum Sitzen. Also, ja. Nee, ich verstehe voll was, ich verstehe wirklich, was du meinst. Und irgendwie finde ich, ich finde es auch schön, irgendwie dann etwas zu haben, bei dem du denkst, das ist jetzt irgendwie deins. So, ich habe diese Investition getätigt und ich habe diese Beziehung zu diesem Objekt, also quasi so eine Art Intentionalismus dahinter, dass das jetzt irgendwie das ist, womit ich das tue. Und du hast dein Messer ja auch schon vor lange, ne? Also irgendwie, da irgendwie auch durch dick und dünn damit zu gehen, ist ja auch eine schöne Sache. Mir ist gerade noch eine andere Sache eingefallen. Aber egal, mach mal weiter. Also, mir ist noch eine andere Sache auf der Liste eingefallen. Ich weiß noch nicht, was ich sage. So, die nächste Sache auf meiner Liste ist mein unbegrenztes Datenvolumen. So, das habe ich seit Anfang des Jahres. Und ich finde es schon, also das ist eine Sache, die mir nicht so aktiv bewusst auffällt. Aber wenn ich darüber nachdenke, ist es voll so. Ich muss mir keine Sorgen mehr über gedrosseltes Internet machen. Ich kann Leuten ohne Probleme einen Hotspot geben. Ich kann mich mit meinem Laptop jederzeit mit meinem Internet verbinden. Und ich kriege es, ich kriege auch was gebacken, sollte es mal Probleme mit dem Internet zu Hause geben. Irgendwie diese Unabhängigkeit, die da dahinter steht, ist schon sehr angenehm. Und so, ich muss mir nie Gedanken machen, egal wo ich bin, zumindest in der EU, ob ich das jetzt anmache oder nicht, ob ich jetzt irgendwie mein Internet benutze oder nicht. Und demgegenüber sehe ich dann halt so Leute mit ihrem Handy und es hat dann so eine kaputte Glasscheibe vorne dran. Und dann sind die immer so, oh nein, ich kann jetzt nichts. Warum gibt es hier WLAN oder sowas? Ich habe nur 300 Megabyte. Und dann denke ich mir so, holy shit, ich benutze 300 Megabyte pro Stunde. Hier, ich fänge dir einen Gigabyte. Ja. So, hier, bitteschön, brauchst du irgendwas? Und das ist tatsächlich mittlerweile so eine Unbeschwertheit. So, ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Handy momentan und wie lang die Batterielaufzeit ist und so weiter. Und irgendwie, das ist eine Sache, über die ich mir halt momentan überhaupt keine Sorgen mache. Und das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl so. Natürlich bezahle ich da irgendwie auch gewisses Premium. Aber das ist es mir in der Hinsicht auch voll wert. Ja. Aber du hast, also genau genommen hast du ja nicht unbegrenzt, sondern du hast irgendwie 37 Gigabyte oder so. Nein, 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 ich habe unbegrenzt, unbegrenzt. Das geht in Deutschland mittlerweile. Ja, ja. Okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen konkreter. Also ich bin ja Kunde bei O2 und die haben Anfang, also die haben eben angekündigt, dass es irgendwie das Jahrzehnt des Mobilfunks wirkt. Und wenn du jetzt einen neuen Vertrag abschließt, hast du generell unbegrenzt. Und die Frage ist nur, wie schnell dein Internet ist. Also je mehr du bezahlst, desto schneller ist quasi die Maximal-Download-Geschwindigkeit, was ich ein super interessantes Konzept finde. Also unbegrenzt gibt es in Deutschland jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Aber bei Telekom und wo, davon hat es irgendwie immer 100 Euro gekostet im Monat oder sowas. Und bei O2 startet es jetzt halt bei 20. Und das ist halt, das ist schon ein cooler Move. Das ist super günstig. Also ich meine, ich kenne das aus der Schweiz. Da gibt es ja auch schon öfters oder schon länger unbegrenztes Datenvolumen. Aber das ist dann einfach so richtig teuer. Obwohl es tatsächlich, glaube ich, noch günstiger ist als in Deutschland, wenn man es betrachtet. Interessant, das wusste ich nicht. Ich glaube, ich sollte meinen Anbieter langsam wechseln. Aber naja, mein Vertrag läuft noch. Also kein... Also zumindest hier in der Nähe zur Schweiz ist das Netz von O2 halt auch einfach nicht so gut. Also das ist quasi so ein bisschen der Nachteil. Das Netz ist schlechter als bei der Telekom so. Ganz klar. Aber dafür sind die Preise auch besser. Also, ne? You get what you pay for oder so ähnlich. Ja, wobei ich häufig auch schon gemerkt habe, dass sozusagen in Großstädten ist es halt häufig tatsächlich so, dass Telekom schlechter ist. So, wo ich dann mit Leuten unterwegs bin, die irgendwie blau haben oder so. Und ich denke mir so, warum habt ihr besseres Internet als ich? Ich bin bei der Telekom. Aber naja, das ist dann irgendwie ein bisschen zu... Okay. Das wird neuer Tag. Hast du noch eine Anschaffung? Ja, ich habe was zusammen gemacht. Weil das für mich... Okay, es sind zwei Sportutensilien. Das eine ist meine Klimmzugstange und meine Yogamatte. Weil beide mir dabei helfen, Sport zu machen. Auch zu Hause. Und ich im Endeffekt alles habe, was ich brauche, um zu Hause Sport zu machen. Und das finde ich ehrlich gesagt mega geil. Und die beiden Sachen zusammen... Ich glaube, die Yogamatte habe ich irgendwie für 5 Euro bekommen. Und die Klimmzugstange für, ich glaube, 30 oder 40. Und das finde ich ziemlich geil. Ehrlich gesagt. Hast du noch was? Sehe ich auch so. Ja, ich habe auch noch Sachen. Aber jetzt keine Sportsachen. Meine Yogamatte habe ich jetzt auch schon über 5 Jahre. Und die hat mehr gekostet. Aber sie ist wirklich noch so wie am ersten Tag. Und wenn ich dann bei Leuten zu Besuch bin und dann gerne Sport mache. Und dann holen sie ihre billigen Yogamatten raus. Das ist auch so ein bisschen... Ja, da bin ich auch sehr froh. Are you shaming me for my Yogamatte? Nein, ich finde es ja schon gut, dass du insgesamt eine hast. Ich brauche eine neue. Es ist so. Sie geht kaputt. Toiletics tut ihr nicht gut. Das muss man schon sagen. Und meine kommt super damit klar. Manduka ist die Marke. Ist glaube ich sogar deutsch. 100% recycelt. Also schon gut. Okay. Was mich an dieser... Das ist eine sehr spezifische Frage, aber das würde ich trotzdem gerne fragen. Und zwar, du hast ja eine Yogamatte und Sportmatte. Warum kannst du das nicht für beides verwenden? Ich benutze meine Yogamatte zum Sportmachen. Ich habe... Ach so. Ich mache es so, dass ich jetzt meine Freeletics-Sportmatte eben in der Heimat habe, dass ich nicht mit Mathe reisen muss. Und ich finde die Freeletics-Matte ehrlich gesagt nicht so gut, weil die so rau ist. Und vor allem, wenn man Planks macht, so... Das ist der Grund, warum ich letztes Jahr irgendwie so Wunden hatte, weil ich irgendwie immer geplankt habe. Und das macht mit der Mathe keinen Spaß. Aber meine Yogamatte benutze ich eigentlich auch ganz normal zum Sportmachen, ja. Interessant, weil ich dachte nicht, dass es so viel Auswahl da gibt. Aber dann gucke ich diese Marke mir auch nochmal an. Weil ich tatsächlich finde, dass die Freeletics-Matte, die ist voll klein. Und ich finde sie ziemlich teuer, ehrlich gesagt. Echt? Also 30 Euro oder so, oder nicht? Nee, die kostet 50. Oh. Oh, das ist viel. Das ist viel für eine Sportmatte. Vor allem, weil ich die eben... Sie ist sehr schwer und sie ist sehr klein. Aber, naja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen... Ansonsten finde ich Freeletics super, möchte ich ja nicht so schön nur sagen. Aber ich würde jetzt mir die Sportmatte nicht kaufen. Okay. Ach so, jetzt bin ich wieder dran, gell? Hm, echt? Nee, ich bin, glaube ich, wieder dran. Ich habe über meine Yogamatte geredet, weil du über deine Yogamatte geredet hast. Okay. Stimmt. Ähm, nächster Punkt auf meiner Liste ist das Apple Magic Trackpad. So, und, ähm, ich bin Computermäuse-Nerd. Also, ich, ich weiß nicht. Ich kenne mich irgendwie einfach voll gut aus. Und ich habe auch so eine MX Master 3 und so. Und, ne, das ist alles schön und gut. Aber ich schneide seit Monaten meine Videos mit Trackpad. Und das ist wirklich super komisch, aber es macht einfach richtig viel Spaß. So, äh, die Gesten sind irgendwie krass intuitiv und die Größe, es ist ein riesiges Trackpad, ist richtig angenehm. Und das macht so viel Spaß damit, dass ich irgendwie gar keinen Bedarf habe, so richtig mit einer Maus, äh, zu schneiden. Weil ich dieses Ding einfach so cool finde. Und wenn ich irgendwie reise oder so, dann packe ich das Ding auch in den Rucksack. Das ist irgendwie so ein cooler Formfaktor, weil der, weil das Ding so dünn ist und so. Also, es ist irgendwie viel besser zu transportieren als eine Maus, äh, finde ich. Und, ja, ich mag das Ding richtig gerne. Ja, und die Maus, die ich dir empfohlen habe, die ist super, aber die ist halt richtig klein. Also, so für meine Hände. Ich weiß, die ist perfekt für mich. Ja. Ähm. Interessant. Sehr spezifisch. Ich habe ein weiteres, äh, Küchengerät. Das habe ich mir, ich glaube, im März gekauft. Und zwar ist es der Nutribullet. Das ist der Nutribullet. Der Nutribullet. Everybody knew it. Ähm. Das ist so ein Standmixer, auf dem man sozusagen die Smoothie-Behälter drauf montieren kann. Und dann kann man das runter machen. Macht die, ähm, die, die, die... Rotoren? Schneideblätter, die Schneideblätter im Endeffekt. Wie sagt man? Die Messer. Die Messer macht man weg. Und dann kann man einfach einen Deckel draufschreiben. Dann kann man das Ding mitnehmen. Und wenn ich im Sommer, vor allem im Sommer, weil ich viele Smoothies damit mache, keine Zeit habe, dann ist das so in zwei Minuten ein perfektes, super gesundes Frühstück, das ich überall mitnehmen kann. Und das erleichtert mir mein Leben. Das finde ich sehr cool. Und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall, diese Investition. Und man kann natürlich auch irgendwie so geile Sachen machen, wie mit... Man kann eine Suppe machen. Man kann aber auch Nuss-Mousse machen. Äh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man kann Pesto machen. Und das finde ich super praktisch. Man kann auch Dressing damit machen. Dafür finde ich es auch super geil. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Das ist schon echt ein cooles Teil. Und bei dieser Sache dachte ich mir so, hm, ist es mir das wirklich wert? Aber in dem Fall muss ich im Nachhinein sagen, wirklich, das ist so eine Sache, wo ich einfach sagen muss, das hat sich voll gelohnt. Super Investition. Nice. Ja, also kann ich voll verstehen. Die letzte Sache auf meiner Liste ist Apple Pay. Okay, und tatsächlich, ähm, habe ich das erst seit zwei Wochen oder so. Und das Ding ist, ich habe ja davon erzählt, dass mir mein, dass ich meinen Geldbeutel irgendwie liegen gelassen habe und dann musste ich alle meine Karten ersetzen und so. Ist ja alles okay. Jetzt finde ich schon wieder meine EC-Karte irgendwie nicht. Und, ähm, ich habe aber eine Karte auf meinem Handy eingerichtet. Äh, und ich habe jetzt ein paar Mal eben bezahlt, indem ich mein Handy einfach auf das Kartenlesegerät draufmache und dann irgendwie Face-ID oder Code eingebe oder sowas. Und ich finde mich erstens damit sehr 2020. Und andererseits merke ich schon, dass der Prozess das einfach ein bisschen besser macht. So, es gibt keine nervigen PIN-Codes, es gibt kein Rauskram aus dem Geldbeutel. Es ist eine kleine Änderung, es ist eine wirklich kleine Änderung, die sich aber irgendwie überraschend gut anfühlt. Ähm, und so, ich musste gestern in so einem Restaurant Bar bezahlen und ich habe halt, na, als Abschluss von dem Dreh habe ich halt, äh, die Leute irgendwie eingeladen. Und dann musste ich tatsächlich irgendwie zu einem Bankautomaten laufen und da Geld abheben und so weiter. Und bezahlen mit Münzen, besonders Kupfermünzen, ist von meinem Gefühl her so richtig steinzeitlich ekelhaft mittlerweile so. Und dann benutze ich das da. Wow, das ist sehr eskaliert. Und das geht halt einfach so schnell und einfach und das hat nichts mit Apple oder so zu tun, aber einfach der Fakt, dass das so intuitiv und schnell und einfach und reibungslos funktioniert, ist schon krass. Also das ist so die neueste Sache auf meiner Liste in Anführungszeichen und ich finde das richtig angenehm. Also von mir aus könnte das wirklich echt so sein. Und ich mag eigentlich Bargeld. So, also ich will schon, dass ich meine Scheine irgendwie immer noch behalten kann oder so. Aber das Münzgeld, das vermisse ich damit auf jeden Fall gar nicht. mehr. Interessant. Ich habe eine spontane Zwischenfrage, die mit den Anschaffungen zu tun hat. Vielleicht fällt dir auch nichts ein. Nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Nee, hau raus. Hast du so Dinge, bei denen du denkst, scheiße, hätte ich das bloß nicht gekauft? Also vielleicht fällt dir auch nicht ein. Das habe ich mich auch ganz kurz beim Überlegen vorhin gedacht. Aber mir fällt auf die Schnelle nichts ein. Hast du da was? Ja. Außer deine Sneaker? Außer meine Sneaker. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich so ein bisschen über meine Kamera nachgedacht. Aber ehrlich gesagt habe ich die trotzdem so oft benutzt, dass ich finde, dass es sich lohnt. Nur weil ich sie im Moment nicht benutze, heißt es nicht, dass die Investition sich nicht lohnt. Vor allem finde ich es gut, sie halt zu haben. Aber sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. Okay, ich habe eine Sache, die ist aber extrem spezifisch, deswegen halte ich mich kurz. Ich bin so Mitglied von so einer Filmequipment-Facebook-Gruppe und da habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal was gekauft. Und ein Kauf, den ich für unseren Dreh halt gemacht habe, ist so eine günstige HDMI-Funkstrecke, die halt richtig scheiße ist. Also es tut mir richtig leid für die Crew, dass sie damit arbeiten muss, aber ich habe nicht mehr Geld. Ich kann mir keine richtig gute Funkstrecke, also das kann ich mir einfach nicht leisten. Und das ist auch okay, weil es wichtigere Investitionen gibt als das. Und sie erfüllt prinzipiell schon ihren Zweck, aber sobald irgendwie eine dickere Wand dazwischen ist, geht es nicht. Sobald irgendwie der Akku nicht ganz vollgeladen ist, hört es einfach auf. Und deswegen haben wir die Geräte jetzt auch über Strom betrieben und sowas, dass es zuverlässiger ist. Das ist, so im Nachhinein finde ich, ist es ein Fehlkauf. Ja, aber dafür habe ich halt auch nur 100 Euro bezahlt und so gute Funkstrecken kosten halt 16, 18, 100 Euro, 2000 Euro, sowas. Ja. Es wäre jetzt schlimmer gewesen, hättest du dein Auto gesagt. Nee, das Auto hat sich viel zu sehr gelohnt. Ja. Okay, gehen wir zum nächsten Punkt. Also deine Liste ist auch durch. Ja. Ah krass, das heißt, wir hatten sogar auch ähnlich viele Sachen drauf. Das ist witzig. Ja, ich habe eins zusammengezogen und ich glaube, du hattest sechs. Sollen wir zunächst die Gewohnheiten oder das andere? Kommen wir zu den Gewohnheiten. Wirst du mal anfangen? Fang an. Okay. Gewohnheit eins muss ich, glaube ich, nicht so sehr erklären an die Leute, die öfters hören. Die Gewohnheit wieder zu lesen ist ein Game Changer für mich. Ich finde es mega geil. Das ist einfach, das ist eine gute Gewohnheit. Das macht Spaß. Ich kann so viel lernen. Ich kann so in andere Welten abtauchen. Und das, ich bin darüber wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich das dieses Jahr wieder gelernt habe. Und im Moment lese ich auch einfach jeden Tag. Ich glaube, die letzten paar Wochen habe ich jeden Tag gelesen und das können manchmal sein, fünf Seiten. Manchmal sind es halt hundert. Das ist die Spannweite. Sehr nice. Also ja, das finde ich auch richtig schön. Ich hoffe, dass ich da auch mal irgendwie hinkomme. Ich glaube, ich muss halt aber, ja, nee, bitte sag, ja. Ich wollte nur sagen, man muss aber auch wirklich Zeit investieren. Und das ist so ein Ding, wo man sich so denkt, scheiße, also weil das ist nichts, glaube ich, wo man, gerade wenn man es irgendwann mal aufgehört hat, wo man längerfristig das eben mal so nebenbei machen kann, sondern man muss wirklich richtig viel Zeit investieren. Bei mir war es im Endeffekt fast der ganze Sommer so, wo ich mir wirklich Mühe gegeben habe zu lesen. Und jetzt habe ich irgendwie immer noch so ein bisschen Angst, dass ich irgendwann wieder aufhöre. Aber ich glaube, dass das die Fähigkeit ist, die eigentlich, worüber wir eigentlich auch schon gesprochen haben, dass Naval Ravikantes auch in seinem Podcast sagt, dass Lesen ist sozusagen die Fähigkeit, die dich am weitesten bringt. Weil dann kannst du alles selbst lernen, indem du dir für zehn Euro ein Buch kaufst. Und ich finde übrigens, ich finde das so verrückt, dass Bücher nur zehn Euro kosten. Ich denke mir so, Leute sitzen Jahre oder Jahrzehnte an Büchern, die Dinger kosten zehn Euro. Und dann ist es, finde ich, auch richtig krass, wenn die Leute sagen, dass es noch teuer ist und dann warten sie auf ein Sale und dann greifen sie das für so zwei, drei Euro ab. Ich finde zehn Euro auch voll, das ist voll das Schnäppchen so dafür, was du da im Gegensatz dazu bekommst. Und meine Strategie ist jetzt auch ein bisschen, ich habe, also letzte Woche bin ich nicht dazu gekommen, aber eine Freundin war neulich zu Besuch und ich habe vorab mit ihr ausgemacht, dass sie mir Bücher mitbringt. Weil, ne, wenn ich so nach Büchern recherchiere, ich finde Self-Help-Bücher mit Abstand am interessantesten. Sie klingen einfach super spannend und ich mag es ja auch irgendwie darüber nachzudenken, wie kann ich irgendwie das, was ich tue, verbessern und so. Aber ich merke ja auch, ne, diese Bücher versauern auch ein bisschen in der Ecke, weil ich sie dann nicht tatsächlich durchlese. Und jetzt habe ich mal zwei Bücher ausgeliehen, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und das eine ist Quality Land, das ist von Marc-Uwe Kling. Das heißt, das ist nicht Equality Land? Ne, das ist Quality, also... Bist du dir sicher, weil das sieht aus wie ein E? Also es ist In-Quality, also die... Vielleicht heißt es auch E-Quality Land, aber das Land, in dem es geht, heißt Quality Land. Okay, ich weiß es, was ich gesagt habe. Ja, ich war nur irritiert von dem Buchcover. Vielleicht soll das auch ein bisschen angedeutet sein. Und von Sibylle Berg... Oh mein Gott, bringst du mir das mit? Na gut, dann habe ich die Herausforderung, das in den nächsten zwei Wochen durchzulesen. Das kann ich unbedingt lesen. Dann kann ich es Kim ja auch zurückgeben. Oder du kannst es dann, Kim, zurückgeben. Stimmt. Wir wohnen ja in einer Stadt. So, irgendwie... Ich versuche mich jetzt einfach mal in einem neuen Genre, was ich schon Jahre nicht mehr angefasst habe, und mal gucken, was da rauskommt. Ich bin gespannt. Und dann wurde mir heute noch ein Buch ausgeliehen. Heute gibt es Book Reviews. Das ist The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Den verfolge ich ja schon länger. Aber ich habe noch nie, also dieses Buch habe ich einfach nicht gelesen. Und ich kenne jetzt mindestens ein halbes Dutzend Leute, das dieses Buch gelesen hat. Einfach nur wahrscheinlich wegen des Titels. Aber den Typen eigentlich gar nicht kennen. Was ich interessant finde. Okay. Meine erste Gewohnheit ist Bett als technikfreie Zone. Wie ihr wisst, auch wenn man es vielleicht nicht so richtig sieht, bin ich umgezogen. Und seitdem habe ich für mich eingerichtet, dass das Bett technikfrei ist. Also es gibt kein Handy, kein Laptop. Ich nehme nichts mit ins Bett. Und ich schlafe besser und ruhiger. Ich schlafe vor allem viel schneller ein. Und ich finde es richtig geil, klare Zonen zu haben. Hier arbeite ich. Da hinten relaxe ich. Da oben schlafe ich. Und ich merke, ich sehe natürlich wohl ein, das ist irgendwie ein Privileg. Aber ich bin richtig froh, dass ich das gerade in meiner Wohnung hier haben kann. Und neben mir ist hier quasi noch ein zweiter Arbeitsplatz, wo auch andere Leute schon zum Arbeiten hergekommen sind. Und ich finde das irgendwie super cool, diese Zonen zu haben. Das ist etwas, seit ich Atomic Habits gelesen habe, war das so, oh mein Gott, das klingt so super. Und jetzt habe ich das irgendwie und das ist richtig schön. Also ich merke einfach, dass mir das voll was bringt. Nice one, das würde ich auch total gerne machen. Aber wie du sagst, das ist ein bisschen eine privilegierte Situation. Aber man kann natürlich irgendwie auch einfach das Handy nicht mit ins Bett nehmen, ist auch eine Möglichkeit. Aber nicht, dass ich das tun will. Mir fällt noch eine weitere Gewohnheit ein, die glaube ich sehr gut ist. Und die darauf eigentlich ganz gut passt. Und zwar, ich habe meinen Social-Media-Konsum, zumindest Instagram und Facebook, sehr reduziert. Und es äußert sich eben auch darin, dass ich mein Handy nicht mehr so häufig im Bett habe. Und es ist auch so eine Sache, wo ich so merke, es fehlt mir einfach nicht. Und das finde ich sehr beruhigend, das zu merken. Das heißt nicht, dass ich es komplett aufgebe, aber es fehlt mir nicht. Und ich denke mir manchmal so, früher war ich eine Stunde auf Instagram oder Facebook oder was auch immer. Und mit der Zeit kann ich andere Sachen machen. Und das finde ich sehr. Zum Beispiel lesen. Voll. Ja. Finde ich super schön, dass du das sagst. Ich weiß nicht, ob ich da was hinzuzufügen habe. Nö, du kannst die nächste sagen, wenn du magst. Gerne. Ich finde es einfach, ich glaube, das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass man gerne mal hinterfragen soll, hey, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Und wenn mir auffällt, ich bin zwei Stunden am Handy pro Tag, ohne genau zu wissen, was ich da tue, wie wäre es, wenn ich mal tatsächlich versuche, das einfach zu reduzieren und dann zu schauen, was rauskommt? Das finde ich, ja, das finde ich richtig schön. Okay. Nächstes Ding auf der Liste ist Freeletics und Accountability. Ich glaube, du hast da sogar ein bisschen mehr zu sagen als ich, aber ich benutze Freeletics mit ordentlichen Pausen, aber eigentlich habe ich Freeletics seit fünf Jahren immer wieder benutzt. Und mal war ich sehr daran interessiert, richtig durchzupowern, so vor allem am Anfang, aber so, es war halt voll das Auf und Ab, so die Beziehung zwischen mir und dieser App, ne, hat geschwankt. Und wir haben jetzt so eine kleine WhatsApp-Gruppe und da sind wir zu dritt drin und seitdem nehme ich meinen Sportplan einfach viel ernster und halte mich dran, so, ähm, ich fühle mich richtig schlecht, wenn ich jetzt weiß, ah Mist, eigentlich habe ich mir vorgenommen, heute Sport zu machen und ich habe es nicht gemacht. Was denken die anderen über mich? Ne, oder was denke ich jetzt darüber? Was, wie kann ich das ändern und so? Wie denkt Luzia drüber vor allem? Und ich finde, Luzia ist in der Hinsicht auch voll das gute Beispiel, weil die jetzt einfach fünfmal die Woche Sport macht und, ähm. Sechsmal. Oder sogar sechsmal und, ähm, ja, ich finde es schön, dass du da auch ein bisschen mehr Systematik dahinter gebracht hast, anstatt irgendwie dein eigenes Ding so zusammenzubauen und ich glaube, an Effektivität hat das mit sich. Und ja, das finde ich voll schön, also auch ich bin immer noch, ähm, offen für solche Dinge und das ist ein cooler Ansatz. Also ich finde es richtig schön, dass wir das machen. Ich finde es auch total cool, ähm, bei mir funktioniert halt dieses Gamification von Freeletics, also dass du halt Punkte bekommst, wenn du ein Workout fertig hast oder auch irgendwie ein neues Level steigen kannst. Das funktioniert irgendwie super gut. Ähm, nur das Ding ist halt, dass ich weiß, dass niemand, also keiner von euch beiden würde mir sagen, hey, wo war denn dein Workout heute, wenn ich keins machen würde, weil ich so denken würde, ja, die braucht da immer eine Pause oder so. Ähm, also die Frage ist so ein bisschen, wie viel Accountability könnt ihr mir geben, weil ich weiß, ich mache eh viel mehr Sport als ihr. Ähm, und man muss aber auch dazu sagen bei mir, ich habe ja auch davor schon so oft Sport gemacht. Ähm, jetzt merke ich nur, ähm, jetzt merke ich nur eben, dass, wie du sagst, es ist vielleicht ein bisschen effektiver, es verändert sich mehr und es ist halt irgendwie eine andere Struktur dahinter und das macht schon richtig Bock. Ähm, also wenn ihr auch so merkwürdig wettbewerbsorientiert seid wie ich, dann, ähm, join us in our Freeletics. Ja, es wäre eigentlich voll cool, das ein bisschen zu vergrößern. Ähm, mal gucken, was da noch rauskommt. Oder sagt uns, wem wir auf, äh, Freeletics folgen können, weil ich suche Leute, mit deren Zeiten ich mich vergleichen kann. Ja, weil ich bin anscheinend zu langsam. Oh mein Gott, ich klinge wie eine Verrückte. Du klingst ein bisschen verrückt. Ähm, aber ja, ich finde natürlich am Anfang hat es auch nochmal so eine krasse neue Faszination, irgendwie das alles zu erkunden und so. Ich bin mal gespannt, ob das bei dir sich abbauen wird über die Zeit, ähm, oder etwas normalisieren wird, sag ich mal. Äh, ja, es ist ja ein Work in Progress, also wir werden sehen. An dieser Stelle übrigens, ich habe übrigens Freeletics eigentlich auch schon seit fünf Jahren, ne? Ich habe halt nur nie den Coach gekauft und das, ich finde die App ist ein bisschen sinnlos, wenn man nicht den Coach hat. Äh, weil man da so wenig machen kann. Aber naja. Das wissen die ja auch. Äh, okay. Du bist, glaube ich, wieder dran. Ich bin wieder dran. Okay, äh, auch in dem Zuge von Social Media und irgendwie technikfreies Zonen und sowas, was die letzten Monate für mich wirklich sehr beruhigend war und wo ich auch wirklich einen krassen Unterschied gemerkt habe, ist, wenn ich mein Handy ausgemacht habe oder einfach weggelegt habe. Ähm, und ich merke auch, dass ich jetzt ein bisschen unruhiger bin als davor und ich mache das eben daran fest, dass ich jetzt mehr am Handy bin und auch mehr so das Gefühl habe, ich kann es jetzt nicht ausmachen, weil jetzt irgendwie so der Alltag wieder beginnt. Und das finde ich eigentlich total schade und ich glaube, dass so handyfreie Tage oder handyfreie Zeiten oder auch einfach, was ich zum Beispiel jetzt angefangen habe, ist, dass ich nachts mein Handy oft bitte nicht stören mache und eigentlich Benachrichtigungen erst ab 8 Uhr kriege. Äh, und wenn ich nicht aktiv danach gucke, dann kommt da auch nichts so. Ähm, und ich finde manchmal kann man sich so ein bisschen weniger dringlich nehmen, ähm, und sich auch einfach mal sagen, ist es okay, wenn du jetzt einen Tag lang nicht antwortest. Ähm, weil ich merke, dass es einfach richtig gut tut, so Handypausen einzulegen. Ja. Gut. It's your turn. Ja. Nächster Punkt auf meiner Liste sind physische To-Do-Listen. Ähm, so, ich habe To-Do-Es seit jetzt fast drei Jahren oder nee, schon mehr als drei Jahre. Okay, und, ähm, ich finde diese App super und ich benutze sie ja auch immer noch regelmäßig, aber bei weitem nicht mehr so intensiv wie früher und auch sehr anders. Also, ich bin wieder richtig hin zu physischen To-Do-Listen und neuerdings auch nach dem Vorbild von der Bullet Journal Methode. Und was ich an dieser Methode so schön finde, ist, ähm, dass auch irgendwie so Notizen und kleine Beobachtungen und Events und sowas, ähm, Platz finden. Und davor habe ich meine To-Do-Listen immer nach dem genau gleichen Prinzip gemacht, mit so einem kleinen Kästchen, das ich da male und so. Und das ist ein bisschen anders. Und ich finde den Prozess halt so schön eindeutig, wenn ich Sachen nicht schaffe von einem bestimmten Tag oder einer bestimmten Woche, dann werden sie verschoben und ich reflektiere irgendwie nochmal drüber, woran liegt denn das, dass ich das nicht gemacht habe. Und was ich halt auch richtig cool finde, ich vergesse wirklich fast nichts mehr momentan. Also, ich habe auch so ein Gefühl von Sicherheit, dass es einfach sehr vollständig ist, diesen Blick, den ich gerade habe. Und das finde ich auch sehr angenehm. Und ich finde es auch cool, so in den letzten Tagen habe ich mir dann auch für den Dreh oder so ein paar Notizen gemacht und dann steht da sowas wie, hey, Leonis Corona-Ergebnis ist negativ oder so. Und dann kann ich das auch so wieder zurückdatieren. Ah ja, am 13. September war das und das. Und das finde ich irgendwie voll cool. Also, es macht irgendwie jetzt noch mehr Spaß, To-Do-Listen zu schreiben. Und es hat mir davor schon Spaß gemacht. Nice one. Ich habe auch irgendwann gemerkt, dass To-Do-Listen-Apps, die taugen mir nicht so richtig. Und darum bin ich auch froh, dass ich mittlerweile immer mehr zum Analogen zurückgehe. Eine Sache, also eine Gewohnheit, die ich habe, die, glaube ich, irgendwie so der Grundstein ist für ganz vieles, ist, und eigentlich hätte ich es auch vorher sagen können, ist aber regelmäßig Sport zu machen. Das spüre ich gerade im Moment auch. Und ich glaube, ich habe auch eher so die Tendenz, irgendwie so ein bisschen zu übertrainieren, weil ich halt mich einfach richtig gut fühle, wenn ich irgendwie Sport gemacht habe. Aber das ist so wirklich ein Grundbaustein für alles, also für alle anderen Gewohnheiten, weil ich so merke, der Antrieb, irgendwas zu tun, ist halt so viel höher, wenn ich Sport mache. Oder wenn ich sozusagen diese Hürde oder dieses eine Mal gegen meinen Schweinehund irgendwie angekämpft habe. Und darum ist es so honorable mention für regelmäßig Sport machen an dieser Stelle. Nice. Hast du noch was? Also ich habe noch eine Gewohnheit. Ja, ja. Hast du nichts, ne? Doch, ich habe auch noch eine Sache. Ah, ich habe sogar noch zwei. Okay. Okay, in dem Zuge auch so, was Klarheit angeht oder auch so Planung des Tages, ist für mich in den letzten Wochen sehr wichtig, meine Morgenroutine geworden. Oder sozusagen irgendeine Struktur zu haben, wie ich in den Tag starte. Und dazu gehört auch Meditation. Und ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich so gemerkt habe, okay, krass. Wenn ich jetzt nicht zweimal am Tag meditieren würde, dann würde es mir nicht so gut gehen. Und das ist was, wo ich gerade merke, dass ich dann nicht so ganz on top of my game bin. Aber was ich auch gerne mal wieder einführen würde, dass ich wieder regelmäßig öfters meditiere, aber ich im Moment nur einmal am Tag meditiere. Okay. Ja, ich bin ja eh großer Verwechter von Meditation. Macht das gefälligst, Leute. Mehrmals am Tag ist krass. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ich finde es gut. Also krass gut quasi. Okay, meine nächste Gewohnheit auf der Liste ist 15 Minuten an der frischen Luft. Und ich glaube, das habe ich wirklich jeden Tag gemacht. Jetzt schon lange. Explizit rauszugehen und dann an die frische Luft ohne Musik oder so. Das hängt jetzt gerade auch mit meiner Monatschallenge zusammen, weil ich da ungefähr 15 bis 20 Minuten draußen bin. Aber auch ansonsten irgendwie spazieren zu gehen oder so. Gerade muss ich mein Auto auch immer noch so relativ weit abstellen. Dann muss ich immer so 15 Minuten nach Hause laufen. Und das ist irgendwie voll schön. Und ich habe sogar ein bisschen Wissenschaft dabei, die das unterstützt. Nach 15 Minuten an der frischen Luft sinkt das Cortisol-Level im Blut um 16%. Das heißt, weniger Stresshormone. Der Blutdruck sinkt um 2% und der Puls sinkt um 4%. Nach nur 15 Minuten an der frischen Luft. Das sind alles drei ziemlich gesunde Sachen. Deswegen ist das eine gute Sache. Und ich mache es regelmäßig. Und das ist schön. Noch verrückter. Das ist sehr schön. Meine letzte Gewohnheit ist eine, die ich nicht regelmäßig mache, aber die ich regelmäßig erwähne. Morning Pages, das ist wirklich eine Sache, die ich total spannend finde und auch irgendwie, die mir eigentlich sehr am Herzen liegt. Aber manchmal setze ich andere Prioritäten. Also der Gedanke, sich morgens als erstes hinzusetzen und dann erstmal alles, was irgendwie so im Kopf ist, aufzuschreiben. Und dann habe ich so das Gefühl, dann kann man total anders in den Tag starten. Und gerade wenn es mir schlecht geht, dann versuche ich das öfters zu machen. Weil ich eben das Gefühl habe, wenn man es einmal aufgeschrieben hat, dann ist es aus dem Kopf raus. Und dann kann man anders in den Tag starten. Und gleichzeitig werden einem oder werden mir dann auch Dinge bewusst, die mir davor nicht bewusst waren. Also Dinge, um die meine Gedanken kreisen, Unsicherheiten oder sowas, was ich nicht wusste, dass sie irgendwie da sind. Okay. Und hast du irgendwie das Bedürfnis, das jetzt wieder jeden Tag zu machen? Oder schaust du dann einfach, ob du das Bedürfnis hast morgens? Oder wie gehst du da dran? Also ich versuche es gerade wieder anzufangen. Ich habe jetzt letzte Woche, habe ich ein bisschen was gemacht. Aber ich habe es dann auch wieder sofort aufgehört irgendwie. Also was heißt ohne irgendwie, ich habe es sofort wieder aufgehört. Nicht mit Absicht oder so, sondern weil ich es einfach am dritten Tag vergessen habe. Und dann war ich so, oh, ich hätte das gestern und vorgestern und vorvorgestern machen sollen. Ja, und manchmal habe ich einfach andere Prioritäten. Also manchmal ist halt nicht die Zeit dafür. Okay. An dieser Stelle würde ich gerne eine Pipipause einlegen. Okay, dann machen wir eine Pipipause. Also was ich da so ein bisschen verstanden habe oder für mich selbst verstanden habe, ist Konzepte, mit denen ich mich gerade irgendwie beschäftige, bei denen ich das Gefühl habe, dass man da was draus gewinnen kann oder so. Und das erste Konzept, das ich hier anbringen möchte, ist Time-Blocking. Also bestimmte Zeiten für bestimmte Dinge einrichten. Und ich habe das Gefühl, bei manchen Dingen mache ich das schon ziemlich gut. Also zum Beispiel das Aufarbeiten der Golds- und Gossip-Folgen, das Planen meiner Woche sonntags oder montags. Und das Ziel ist für mich immer Multifocusing anstatt Multitasking. Weil so Multitasken, ich weiß, dass ich das einfach nicht so gut kann. Und ich glaube, ich kann es sogar noch einigermaßen gut. Und wenn ich dann so Leute beobachte, die können das halt so gar nicht. Also so zum Beispiel einfach laufen und dann am Handy sein. Und dann merke ich einfach, wie langsam ich laufe oder sowas. Das sind schon so kleine Sachen. Und Time-Blocking finde ich in der Hinsicht so schön. Time-Blocking, es geht ja quasi darum, ich kümmere mich von 8 bis 10 Uhr morgens konkret um diese Sache. Oder von 10 bis 11 arbeite ich an diesem Projekt oder sowas. Und ich habe immer das Gefühl, es geht mir immer gut. Und ich habe mehr das Gefühl von Kontrolle über meinen Tag, wenn ich mich an diese Zeiten halte. Und deswegen versuche ich ja immer mal wieder, das so neu zu etablieren, dass ich mich eben an diese Zeiten halte. Aber es ist auch einfach ein gutes Gefühl, den Kalender einigermaßen voll zu haben. Aber dann auch zu wissen, ab so viel Uhr habe ich dieses Bedürfnis von, ich muss jetzt konkret produktiv sein, nicht mehr. Genau. Und ich glaube, in der Hinsicht habe ich auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Aber das ist, finde ich, einfach ein guter Ansatz, bei dem ich gerne Fortschritte mache. Und wie setzt du das durch, dass du das machst? Indem ich konkret einfach mir Zeiten formuliere im Kalender. Und dann weiß ich, okay, ich räume heute von 11.30 bis 15 Uhr im Telekom-Gebäude auf. Und dann räume ich da das Telekom-Gebäude auf. Oder morgen schaue ich mal bei meiner Clean Slate-Initiative, was Sache ist. Und dann kümmere ich mich in dieser Zeit um das. Und dann mache ich da auch nichts anderes. So, das ist das Ziel. Und je besser ich mich daran halte, desto eher habe ich auch das Gefühl, ich kriege was gebacken. So, und das ist irgendwie so ein Indikator dafür. Wenn ich eben mir irgendetwas in den Kalender schreibe, aber dann mache ich währenddessen was anderes, dann weiß ich auch immer, fuck, eigentlich hätte ich mich darum kümmern sollen. Jetzt muss ich diesen Chunk nehmen und ihn quasi in einen der Tage, der noch kommt, irgendwie reinversetzen. Und dann wird es eng. Ja, diese Erfahrung habe ich auch mal wieder machen müssen, weil mir ging es die letzten zwei Tage nicht so richtig gut. Und dann habe ich halt im Endeffekt nichts gemacht, was irgendwie sehr selten passiert. Aber es passiert halt. Und jetzt stelle ich fest, dass ich keinen Slot mehr habe, wo ich die ganzen Sachen hinschieben kann, wenn mein ganzes Wochenende mit Unterricht voll ist. Auch eine interessante Erfahrung. Es ist eine Weile her, dass sowas passiert ist. Also damit meine ich Jahre. Aber es ist, ich werde es schon hinkriegen. Was mich dann, also was ich dann so witzig, oder was für mich so das Problem ist, dass ich sozusagen, ich lege dann einen Block fest und je nachdem, also worst case Szenario ist ja, dass du dann eigentlich gar nicht mehr anfängst, es zu machen. Aber bei mir war jetzt die Situation so, dass ich dann irgendwie zwar in dem Block war, aber dann so dachte, scheiße, ich habe so keine Lust auf diese Aufgaben. Und irgendwie sind sie halt dann doch nicht so wichtig, dass sie sie nicht verschieben könnte. Das war so ein Hindernis die letzten Tage, glaube ich, bei mir. Aber die Sachen, die du machen musstest, hast du sie dann gemacht? Oder war es wirklich so ein, boah, nee, das mache ich jetzt echt nicht? Ich mache sie dann eher so halbherzig. Ich habe schon Sachen gemacht, aber ich habe sie dann eher so, mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Okay. Kommen wir zum nächsten Konzept? Ja, gerne. Okay. Soll ich weitermachen? Ich kann auch weitermachen. Wir können es uns abwechseln. Okay. Eine Sache, die mich tatsächlich seit dieser Utopiefolge, glaube ich, ein bisschen beschäftigt und mit dem ich mich auch noch ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte, war diese Frage, welche Ansichten, die ich habe, hätte meine Utopie ich nicht. Und mir ist dann währenddessen, als wir dann darüber geredet haben, so irgendwie so klar geworden, dass diese Dinge, die ich da formuliert habe, irgendwie doch viel, viel ernster waren, als ich dachte. Und die blockieren mich so richtig. Also ich habe dann irgendwie darüber gesprochen, dass ich irgendwie Leuten gefallen möchte oder dass ich Probleme habe in sozialen Situationen. Und seitdem wir darüber gesprochen haben, habe ich gemerkt, was für Stolpersteine das für mich sind. Und das ist eben so ein Gedanke, wo ich manchmal so denke, wenn ich das jetzt nicht denken würde, wer wäre ich dann irgendwie? Und da möchte ich gerne nochmal ein bisschen mehr hinhören. Und eigentlich fand ich eben auch diese Idee von, jetzt schauen wir uns doch mal unser Leben an und wenn wir alles irgendwie umentscheiden könnten oder irgendwie jemand anders sein könnten, wer wären wir dann nochmal? Und das finde ich total spannend. Ja, aber das ist ja auch irgendwie so gerade ein Motiv. In deinem Leben habe ich das Gefühl, dass du das in ein paar Bereichen hinterfragst. Deswegen sprichst du da wahrscheinlich auch mehr an als ich auf diese Sache. Aber das ist super interessant. Also ich war ja auch schon mal an diesem Punkt irgendwie mal zu überlegen, okay, das, worin ich mich jetzt irgendwie reingeritten habe, weil sich das irgendwie ganz gut angehört hat oder auch ganz gut angefühlt hat, ist das jetzt überhaupt noch das, was ich eigentlich machen will? Okay, aber was schließt du da daraus? Oder willst du da überhaupt was draus schließen? Oder willst du es einfach mal ein bisschen passieren lassen? Nee, also, ja, Moment, ich muss kurz noch was nebenbei aufschreiben, weil mir noch ein paar Sachen einfallen, die ich mir noch gedacht habe. Das hat auch so ein bisschen mit Progressive Overload im Leben zu tun. Also Progressive Overload ist so die Idee, dass wenn man Sport macht, dass man dann nach jedem Training so ein bisschen mehr macht, um sozusagen die Muskeln ein bisschen mehr zu trainieren. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das, was ich sozusagen im sozialen Bereich verfolgen sollte. Ich sollte mir immer Situationen suchen, wo ich so ein bisschen überfordert bin, damit ich mich daran gewöhne und damit ich sozusagen auch davon lernen kann, in soziale Situationen zu kommen, in denen ich mich nicht wohlfühle. Und eigentlich müsste ich das auch genauso irgendwie auf andere Sachen anwenden. Aber das hat jetzt noch nicht im Moment konkretes Fundament in meinem Leben oder so. Aber das ist, glaube ich, so der Gedanke, also wo ich eigentlich hin sollte, aber was ich noch nicht so richtig mache. Okay. Hausaufgabe für dich wäre dann vielleicht, mir so eine Liste zu schicken von Sachen, die du gerne ausprobieren wollen würdest. Das fände ich irgendwie ganz cool. So was sind Sachen, vor denen du Angst hast und vor denen du eigentlich deiner Meinung nach keine Angst haben solltest? Das fände ich spannend. Also eine Sache, bei der mir das tatsächlich aufgefallen ist und das hat ein bisschen auch zu tun mit diesem, also kennst du diese Situation, wenn du Leute so casual kennst und man kennt sich irgendwie vom Sehen, aber man hat nie so richtig miteinander geredet. Und das passiert mir halt bei uns in der Hochschule ständig so. Und dann laufen da so Leute vorbei, die ich kenne, aber nicht richtig so. Und dann ist das immer so ein merkwürdiger Moment von keiner sagt irgendwie Hallo und man läuft an sich vorbei. Und ich glaube, das ist so eine Situation, wo ich gerne einfach so wäre, so einmal kurz Hallo sagen, so nicht mit den Leuten reden oder so, sondern sozusagen über diese Angst davor. Also was ist das überhaupt für eine Angst, dass es die Leute nicht zurück alle sagen? Wer sagt doch nicht zurück? Hallo, die meisten machen das. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mehr so gegen mich ankämpfen muss. Klingt eigentlich nach einer ganz guten Challenge, die du dir formulieren könntest. Just saying. So many challenges. Ja. Okay, machen wir weiter. Das nächste Konzept. Being in motion versus taking action. So, ich glaube, ich muss das ein bisschen erklären. In Bewegung zu sein oder being in motion heißt, die ganze Zeit Dinge zu planen und sich Gedanken zu machen. Und das, es fühlt sich halt gut an und es ist einfach, aber tatsächlich etwas zu tun ist härter. Und ich habe hier zwei Beispiele. Ich kann das Schreiben meiner Seminararbeit vorbereiten. Ich schaue mir an, was die Vorgaben sind, ich suche mir die Texte raus, was ich lesen muss. Aber das ist fundamental etwas anderes, als mir Notizen zu den Texten zu machen oder Word zu öffnen und tatsächlich anzufangen, diese Arbeit zu schreiben. Und das ist eine Sache, an der ich so die letzte Woche auch richtig gehakt bin. Ich habe gefühlt, zwei, dreimal bin ich die Vorlesungsfolien durchgegangen, habe mir irgendwie Notizen gemacht, worauf ich besonders achten muss, was der Dozentin wichtig ist und so weiter, anstatt tatsächlich diese Texte, die ich runtergeladen und vorbereitet und kategorisiert habe und so, einfach zu öffnen und anzufangen zu lesen und anzufangen mit Notizen zu machen. Das habe ich Tage vor mir hergeschoben. Und dann bin ich natürlich mal wieder in die zeitliche Bredouille gekommen. Anderes Beispiel. To-Do-Listen schreiben für die Woche, für den Monat, für den Tag, sich zu überlegen, was man tun muss. Das ist das eine. Aber nächste Woche, sich an die nächste To-Do-Liste ranzusetzen und die Liste sieht genau gleich aus, das ist being in motion. Und taking action heißt, dass die To-Do-Liste einfach ganz anders aussieht als in der Woche vorher. Und deswegen finde ich dieses Bullet Journal Ding auch so interessant, weil ich da voll gut kontrastieren kann. Fakt ist, sind diese sieben, acht Punkte, die einfach jetzt noch leer sind und die muss ich jetzt auf die nächste Woche verschieben. Und das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Beispiel Goals und Gossip, ganz konkret. Ich weiß mittlerweile voll, was der Prozess ist. Ich weiß, Bild und Ton müssen synchronisiert werden, die Sachen für die Video-Einblendungen, das Rendern, dir zur Verfügung stellen, das Feedback einarbeiten, Bilder gestalten, hochladen, Instagram-Posts verfassen. Das sind Sachen, dadurch, dass ich weiß, dass ich das freitags machen muss, also bis Freitag muss das einfach alles fertig sein, muss ich mir bis dahin die Zeit genommen haben, diese Dinge auch tatsächlich zu tun. Sonst passieren sie nicht. Und das klappt nicht immer. Manchmal waren die Folgen erst Freitagnachmittag da oder ein- oder zweimal habe ich es erst samstags geschafft, aber es kam jede Woche was und das ist richtig cool. Und ich glaube, das ist eben so ein fundamentales Ding, wie ich persönlich für mich dieses Taking Action implementieren kann, indem ich halt genau weiß, bis dahin muss das und das erfolgt sein. Und das ist bei Sachen wie Seminararbeiten für mich halt immer noch voll schwierig, weil ich das halt nicht so gut kann. So, da ist die Sache auch mal wieder nur von mir abhängig, ob ich bis dahin das gemacht habe oder so. Und ich weiß, die Deadline ist der 15.9., also erst bis zum 15.9., muss ich das gemacht haben. Und das ist halt so doof. Und solange ich das irgendwie nicht für mich hinbekomme, werde ich mit Seminararbeiten anscheinend immer ein Problem haben. Und das finde ich irgendwie blöd. Weil in manchen Sachen schaffe ich das vom Gefühl her mittlerweile voll gut. Wenn es irgendwie um meine Jobs geht oder so, dann weiß ich, ah okay, ich bin häufig vor der Deadline fertig. Einfach um Sachen abzuladen. Aber es gibt noch andere Sachen, wo ich das noch voll verbessern kann. Ja, aber ich finde, das ist ein super interessantes Konzept, weil ich mich voll oft dabei ertappe, so zu tun, als würde ich etwas dafür machen. Aber eigentlich plane ich nur. Und es fühlt sich halt gut an, zu planen und Sachen aufzudröseln und sowas. Aber das ist eigentlich voll was anderes, als einfach ein bisschen was dafür zu tun. Finde ich voll spannend. Und ich habe dazu einen Gedanken beziehungsweise ein Konzept dazu, das ich letztens mal wieder bei Tim Ferriss gehört habe. Und zwar hatte der einen Podcast mit Gretchen Rubin. Und die ist irgendwie so super bekannt für irgendwelche Happiness-Bücher. Und die hat aber auch ein Buch geschrieben über Habits. Und das heißt irgendwie Better than before oder so. Und sie spricht dann auch darüber, dass es verschiedene Typen von Accountability gibt. Und da habe ich dir letztens auch so, die hat dann auch auf ihrer Homepage so ein Quiz, wie man dann sich so testen kann, was für ein Accountability-Typ bin ich denn. Und es gibt eben diese vier Typen. Ich kriege jetzt die Begriffe nicht so ganz auf die Reihe, aber es gibt eben einen Typ Accountability-Person, die kein Problem hat, sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivationen hinzukriegen. Dann gibt es eine Person, die kriegt beides nicht hin. Das ist sozusagen der Rebell, der dann so sagt, nee, das will ich nicht machen. Dann gibt es Personen, die kriegen nur intrinsische Sachen hin. Und es gibt Personen, die kriegen nur extrinsische Sachen. Extrinsische, was ist denn mit diesem Wort? Extrinsische, oh mein Gott, extrinsische Aufgaben hin. Und mir ist aufgefallen, dass wir beide tatsächlich zu dem letzten Typen gehören. Wir haben kein Problem damit, Aufgaben zu erledigen, wenn jemand anders uns über die Schulter guckt. Aber wenn es darum geht, dass wir Dinge für uns machen oder wo nur wir davon betroffen sind, dann kriegen wir die Krise. Und das fand ich total spannend, weil mir das nicht so klar war. Also so, dass es einfach verschiedene Typen gibt, wie Menschen Dinge erledigen oder wie sich Menschen sich selbst gegenüber irgendwie sich verhalten oder irgendwie einschätzen. Und ich glaube, die Idee, und ich habe da keine Lösung, aber wäre eigentlich, dass man Systeme findet, wo man sich dann in, wie du es ja auch schon gemacht hast bei der Instagram-Challenge oder so, wo man sich in eine Accountability-Position bringt, wo andere Leute das sehen können oder andere Leute davon betroffen sind. Ja, genau. Wir sind Obliger. I do what I have to do. I don't want to let others down, but I may let myself down. Genau. Das ist super interessant. Also, ich glaube, das sollte ich mir vielleicht nochmal genauer anschauen. Es ist ja voll gut herauszufinden, was die Mechanismen sind, die bei einem selbst besonders gut funktionieren, weil man dann etwas besonders gut ändern kann. Und das ist genau so eine Sache. Wieso? Ich würde gerne noch ein bisschen mehr herausfinden, wieso das bei mir so ist oder wieso das auch bei dir so ist. Ähm, ja. Hm. Weiß nicht. Das ist, ja. Ich finde das ja schon irgendwie spannend, dass es halt so einfach ist, sozusagen von den positiven Ergebnissen zu berichten. Oder wenn es halt gut läuft, dann ist man irgendwie so drin. Ähm, aber dass wir beide, also das habe ich ja die letzten Tage auch gemerkt, also ich mache deine Sprachnachtil oder so, die du irgendwie zwei Tage später anhörst, ähm, wo ich dann so drüber rede, dass es mir irgendwie gerade nicht so gut geht und dass ich Sachen nicht gebacken kriege und so. Aber, ähm, wir nehmen uns ja nicht selbst in die Verantwortung und in dem Moment wissen wir es ja auch und stattdessen ziehen wir uns sogar zurück, obwohl wir in gewisser Weise in allen Aspekten unseres Lebens sozusagen unsere Accountability-Partner sind äh, weil wir glaube ich beide wissen, dass sobald wir das ausschreiben oder aussprechen, sagt der andere dann, jetzt mach doch einfach mal so. Ähm, und manchmal möchte man damit glaube ich nicht konfrontiert sein. Ja. Also ich weiß auch bei mir, dass ich ja immer das Gefühl habe, in voll vielen Bereichen komme ich irgendwie voran und dann ist es auch okay, in nicht allen Bereichen voranzukommen, aber das fällt dann, dieses Denken fällt irgendwann voll auf mich zurück. So ein paar Wochen später bin ich dann so, fuck, wieso habe ich das eigentlich nicht gemacht? So, wie kann es sein, dass ich jetzt zum dritten Mal dieses Jahr in dieser Situation war, dass ich mich im letzten Moment um meine Seminararbeiten kümmern musste, so. Und die letzten beiden Male gesagt, das ist nie wieder. Ja, ach, das ist so bescheuert. Und es ist halt so gemein, ich finde, es ist so mies, weil man möchte es dir ja natürlich auch nicht sozusagen in die Wunder reinreiben, aber man hat ja auch keine andere Lösung, so ne? Es bleibt irgendwie einfach gleich, so. Also das ist, also das ist gar nicht dir gegenüber böse gemeint, aber was, ich habe jetzt auch keine Lösung, so ne? Ja. Außer, ja, und so Deadline-Setzen funktionieren halt für mich irgendwie nicht, also, oder ich halte mich halt einfach nicht dran, weil es eine Deadline für mich ist. Ja. Aber ich glaube, wir machen einfach eine Accountability-Folge. Haben wir das jemals gemacht? Nicht so richtig. Ja. Okay, das gibt ein Special vor Staffel 3. Also das müssen wir machen, oder? Klingt eigentlich ganz cool. Finde ich auch. Okay, willst du weitermachen? Okay, ja klar. So, ein großes, wichtiges Konzept für mich dieses Jahr war das Thema Selbstsabotage. So, warum schaue ich Netflix, wenn ich weiß, weiß, dass ich noch dieses oder jenes machen sollte. Ich heimse in dem Fall die sehr konkreten, sofortigen Vorteile meines aktuellen Handelns ein und irgendjemand wird dann in der fernen Zukunft dafür bezahlen. Und irgendjemand in der fernen Zukunft ist halt mein Ich in der Zukunft. Der alte Nick. Der alte Nick. Genau. Und meine Entscheidungen im Jetzt sehen also sehr anders aus als die Entscheidungen, die ich für mein zukünftiges Ich treffen würde. Und Studien zeigen, dass wir tendenziell denken, in der Zukunft viel mehr Zeit für andere Dinge zu haben, anderen zu helfen oder sich um sich selbst zu kümmern. Und eine Sache, die mir geholfen hat, zumindest im Studium, motivationstechnisch meine Fortschritte zu sehen, dass es vorangeht. Also ich habe irgendwie so ein Excel-Sheet, da trage ich meine Noten ein und so und alle abgehackten Sachen vom Studium markiere ich grün. Und jetzt sehe ich halt diese Liste von Sachen, die alle grün sind und es fehlen nur noch vier Sachen, die nicht grün sind. Und zu sehen, dass ich in meinem Handeln meinem großen Ziel in der Hinsicht irgendwie näher kommen kann, das hat mir eine Motivation gegeben, dran zu bleiben. Also ich war richtig hartnäckig, da etwas nicht zu tun. Und ich musste quasi in den letzten zwei Jahren mir langsam das antrainieren, in diese Dynamik zu kommen, dass es vorangeht. Und jedes Abhaken noch, auch wenn es noch so schwierig war, so die Statistikklausur, so die Epitome davon wahrscheinlich, das hat irgendwie geholfen. So mit der Zeit habe ich mir das ein bisschen antrainiert. Und abseits von den Seminararbeiten habe ich da auch voll die Fortschritte gemacht. Also zum Beispiel das Nachhaltigkeitsseminar, das war ein Thema, das mich einfach extrem interessiert hat. Und da war das überhaupt kein Problem, mich jede Woche hinzusetzen, mich auf diese Sitzungen vorzubereiten, mein eigenes Videoreferat zu gestalten. Und ich glaube, das ist so eine Sache, mit der ich mir da zumindest gut helfen konnte, nämlich mich mit Themen auseinanderzusetzen, die mich interessieren. Weil es mir dann viel einfacher gefallen ist, mich dann um diese Sachen zu kümmern. Und das kann man natürlich nicht zu 100 Prozent entscheiden. Also es gibt einfach bestimmte Veranstaltungen im Studium oder so, die einen nicht so krass interessieren. Aber möglichst Sachen rauszusuchen, die einen interessieren. Ich glaube, das hat mir zumindest voll geholfen. Und diese Selbstsabotage konnte da so ein bisschen reduziert werden. Genau. Also das ist, finde ich, auch voll das interessante Konzept, wo ich ja auch voll merke, wenn ich mich vor allem mit Dingen beschäftige, auf die ich nicht so viel Lust habe, dann steigt diese Selbstsabotage auch mit der Zeit wieder voll an. Und dann baue ich halt irgendwie auch Scheiße so, indem ich Sachen voll schleifen lasse. Ja, finde ich auch voll spannend. Und irgendwie hat das so ein bisschen mit Habit-Tracking auch für mich zu tun. Weil ich auch merke, dass wenn ich mir wirklich Gewohnheiten aufschreibe oder sozusagen, was du beschreibst als Teile des Studiums aufschreiben und dann abhaken, wenn du damit fertig bist, ist sozusagen das so klein aufzudröseln, dass du einen Fortschritt auch wirklich sehen kannst. Damit du sozusagen nicht mehr so immer an dieses längerfristige komische Ziel denkst, bei dem du dir immer denkst, oh mein Gott, das schaffe ich ja nie. Sondern es so klein aufzudröseln, dass du wirklich einen Fortschritt irgendwie markieren kannst. Und das ist beim Habit-Tracking ja im Endeffekt auch so das Ziel. Mein Ziel ist ja eigentlich, sportlich zu sein oder abzunehmen oder was auch immer und nicht jeden Tag Sport zu machen. Aber dadurch, dass ich halt jeden Tag sozusagen einen Haken machen kann, ist es visualisiert und das finde ich total. Ja. Genau, also das geht voll in die ähnliche Richtung, sehe ich auch so. Also häufig bin ich auch einfach überwältigt gewesen, mir so ein krass großes Ziel zu stellen. Und eine Sache, wo das zum Beispiel ganz natürlich geklappt hat, so da hat sich das ganz logisch abgeleitet, war, ich mache mit Jahren diesen 10-Kilometer-Lauf. Und ich weiß, wenn ich nicht daraufhin trainiere, wird das nichts. So, dann schaffe ich es nicht, 10 Kilometer zu laufen. Und da war das ganz natürlich, dass ich da zwei- bis dreimal die Woche laufen gegangen bin. So von wegen, ich weiß, dass ich das machen muss. Ohne, ich hatte keinen strategischen Plan, so von wegen, in dieser Session laufe ich 1,8 Kilometer und danach laufe ich 2,2 Kilometer. Aber es gab einfach dieses Bewusstsein, ich muss da irgendwie hinarbeiten. Und dann habe ich das auch einfach gemacht. So, es gab irgendwie, ne, mein Ziel war einfach zu überleben, diese 10 Kilometer zu überleben. Und das habe ich gemacht und es war voll cool und es hat voll Spaß gemacht und ich war besser, als ich gedacht habe, so. Aber ich glaube, es ging vor allem darum, einfach etwas in der Richtung zu tun. Und eine Sache, die da in die Richtung geht, ist eben, dass Consistency in der Hinsicht das Wichtigste ist. Also es ist wichtiger als Intensität. Es geht eher darum, überhaupt etwas zu machen, als dann zu denken, oh ja, jetzt muss ich voll übertreiben, dass ich richtig krassen Muskelkater habe oder so. So, es ist einfach wichtiger, mich regelmäßig hinzusetzen und etwas zu tun. Ja, und in der Hinsicht kann man sich auch ein bisschen trainieren, dass das dann besser geht. Ja. Ich frage mich nur kurz auf dieses 10 Kilometer Ding bezogen. Meinst du, es hat einen großen Unterschied gemacht, dass du dich sozusagen mit Jan angemeldet hast? Klar, also das ist ganz fundamental. Wenn Jan dann nicht dabei gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Oder du hättest es vielleicht einfach gelaufen und eher so im Sinne von, ja, ich gucke mal, wie lange ich für 10 Kilometer brauche. Also, klar, also Jan ist so viel schneller als ich, dass es gar kein Vergleich war. Also, mein Anspruch war nicht, ich versuche so schnell zu sein wie Jan. Das wäre einfach nicht gegangen. Oder es wäre halt Träumerei gewesen. Aber ja, na klar hat es geholfen, irgendwie zu wissen, hey, da ist jemand. Und den hat es einfach gefreut, dass ich dabei bin. Und das ist irgendwie voll schön gewesen. Ich will nicht sagen, ich wollte ihn nicht enttäuschen, aber es ging schon darum, hey, ich mache es auch ein bisschen für ihn. Und das hat schon geholfen. Also, auf jeden Fall. Ich finde es spannend, dass wir so doch irgendwie ähnliche Probleme haben in der Hinsicht. Also, weil es dreht sich ja jetzt irgendwie gerade so ein bisschen alles darum, welche Dinge tun wir und welche Dinge tun wir nicht. Und mir wird irgendwie, oder mir ist die letzten Monate, glaube ich, und ich spüre jetzt sozusagen die Auswirkungen davon, immer mehr bewusst, wie sehr Theater tatsächlich ein analoges Format ist. Das aber auch nur funktioniert, wenn man mit Leuten in einem Raum ist. Und ich glaube, dass vieles auch daherkommt, dass sich, also, dass sozusagen viele meiner Probleme irgendwie nicht gut genug vorbereitet zu sein oder so, auch damit zu tun haben, dass ich diese Konfrontation nicht habe. So, dass ich nicht auf einer Probe sitze und dann merken die Leute, dass ich nicht vorbereitet bin. Weil das spüre ich jetzt gerade krass, wie das die letzten, also das letzte halbe Jahr einfach nicht so da war. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch so meine eigene Form von Accountability. So, oder wo ich so gerade so merke, ich müsste eigentlich viel mehr proben, um das so zu erzwingen. So, als Gedanken mal. Und das, wie wichtig, merke ich auch immer mehr, wie wichtig es mir ist, tatsächlich in einer direkten Auseinandersetzung mit Leuten aus meinem Umfeld zu sein oder sozusagen Teams zu sein. Und das heißt wirklich, das kann, oder es gibt keinen Ersatz da für mich, der irgendwie digital funktioniert. Und das habe ich, ich habe da lange dran geglaubt. Und ich glaube, ich habe auch wirklich unterschätzt, dass ich mir halt einfach mit dem Theater ein analoges Format ausgesucht habe, das auf der Analogie, also aufbaut so. Und das ist eben nicht, es gibt nichts, was da funktionieren würde, ohne dass man in einem Raum ist. Und ich habe unterschätzt, glaube ich, wie viel mir das bedeutet und wie viel das auch mit meiner mentalen Gesundheit zu tun hat. Wow. Das war jetzt ein Rant. Ja, kann man so zählen lassen. Also es heißt eigentlich, glaubst du, es klingt für mich aber nach etwas, dass man theoretisch auch ein bisschen lernen kann. So, du könntest dich ja auch daraufhin trainieren, wenn es jetzt darum geht, hey, das Theater, an dem du arbeitest, will halt so ein VR-Stück machen oder so. Was quasi ja irgendwie so Mischformen sind aus verschiedenen Medien. Ja, aber ich glaube, für deinen Prozess klingt es so, als ob es einfach wichtig wäre, dass du das einfach jetzt so machst, weil da ziehst du am meisten draus. Also klingt ziemlich logisch. Wobei ich auch selbst bei so Mischformen sagen muss, das, was entsteht oder was für mich erst entsteht, ist sozusagen, wenn man sich in einem Raum befindet und das heißt nicht, dass das Produkt nicht digital sein kann oder so, aber Interaktion muss analog sein. Weil das ist nicht das Gleiche. Das habe ich einfach die letzten Monate zu sehr gespürt, dass es für mich einen Unterschied macht. Das hätte ich nicht erwartet. Ja. Okay, ist ja gut, sowas zu hören. Okay. Die nach Hamburg, Niklas. Ja, alles klar. Gleich morgen. Gut, machen wir mal was von deiner Liste oder soll ich weitermachen? Achso, das war eigentlich ein Konzept von mir. Achso. Okay. Jetzt bist du dran, wenn du möchtest. Ich kann aber auch weitermachen. Nö, ich mache weiter. Okay. Irgendwie, das ist jetzt nicht mehr ganz so konkret, aber ich finde das trotzdem super interessant, das zu beobachten. Es gibt so ein Zitat von Viktor Frankl, das heißt It can have meaning if it changes you for the better. Und was das für mich heißt, ist, dass wir kontrollieren, wie wir auf Dinge reagieren. Und deswegen gibt es so kleinste Anekdoten oder so, die zu Realisierungen führen, die andere Menschen vielleicht gar nicht verstehen. Es gibt Momente, die sind für einen so extrem wichtig und öffnen einem die Augen oder so und andere denken, was ist das für ein Quatsch? Und ich finde es irgendwie so wichtig, dass es bei mir etwas auslöst und ich etwas dazugelernt habe aus dieser Lektion, völlig egal, ob die Leute das verstehen oder nicht. Und was das für mich heißt, ist auch irgendwie Verständnis zu zeigen, wenn das anderen Leuten passiert, anstatt dann so abzutun, hä, daraus hast du was gelernt. Das ist das, was in dir ausgelöst hat. Und stattdessen einfach zu sagen, wow, krass, das hat dir dabei geholfen, das irgendwie einzusehen oder so. Das ist voll cool, weil mir passiert so was ab und zu und ich finde es voll schade, wenn andere Leute aus ihrem Unverständnis dann meinen, das kann ja gar nicht sein oder hä, was, das ist doch irgendwie pathetic oder so. Also das ist irgendwie ein Konzept, wo ich mich gerne daran erinnere, dass das jedem passieren kann und dass es mir eben auch oft genug passiert ist. So Projekte, bei denen ich dachte, hey, das wird jetzt voll geil, da dann einzusehen, das ist nichts für mich. Und andererseits Sachen, bei denen ich erst skeptisch war, die sich dann als voll gut rausgestellt haben. Es kann in beide Richtungen gehen und da irgendwie offen zu bleiben, das finde ich irgendwie voll wichtig. Mir fällt nichts dazu ein. Also, okay, Entschuldigung, jetzt habe ich das so. Ähm, nee, scheiße, jetzt habe ich mich wohl reingeritten. Fände ich spannend, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was ich so merke, wo man so schnell in so eine verurteilende Position reinkommt und wo man sich so denkt, ah ja, das hast du jetzt daran gelernt. So, und ja. Und eigentlich ist es ja irrelevant, was man selbst darüber denkt. Weil Dinge müssen, Leute müssen Dinge selbst lernen können, erkennen können oder so. Um sie lernen zu können. An dieser Stelle fällt mir auch eine Sache ein. Ein Konzept, das mich jetzt auch wieder so, eigentlich seit der ersten Staffel so, ich glaube tatsächlich irgendwie auch mir immer wieder begegnet ist, ich weiß gar nicht, ob es ein Konzept ist, aber du kannst andere Menschen nicht ändern. So, das geht nicht. Und das ist so ein Thema, was irgendwie auch immer wieder kommt, wo ich mir so denke, warum verhältst du dich so, soll ich dir das sagen, dass du dich falsch verhältst? Oder dass du irgendwie in ein Muster zurückfällst? Und ich glaube, dass man ganz viele Dinge einfach akzeptieren muss. Also nicht, dass man über die Dinge nicht redet oder so, aber ich glaube, es gibt, also ich kann die Menschen nicht ändern, du kannst sie nicht ändern, sie müssen sich selbst ändern. Aber, ein weiteres Konzept davon, jeder kann sich ändern, man muss es nur selbst wollen. Doppelt gemoppeltes Konzept. Ja, ich finde das voll schön. Ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich vielleicht auch ein bisschen romantisch bin, noch so im Sinne von, haha, ich kriege das hin. Ich bin derjenige, bei dem das gehen wird. Aber eigentlich würde man, ja, ich glaube, das ist auch etwas für einen Seelenfrieden bei mir, wenn ich das mehr akzeptieren würde. So, es geht darum, immer es zu probieren, aber man kann es halt nicht erzwingen, Leute zu ändern. Okay, nächste Sache auf der Liste. Ich habe, als, äh, anekdotisch habe ich noch ein Zitat mitgebracht, aber es, ja, ähm, das ist von Sörin Kierkegaard, vielleicht, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Du kannst auch einfach Kierkegaard sagen, das sind, glaube ich, alle deutschen Wissenschaftler. Okay. Aber egal. Of all ridiculous things, the most ridiculous seems to me to be busy, to be a man who is brisk about his food and his work. What I wonder, do these busy folks get done? Und, ähm, es geht darum, beschäftigt zu sein. So, und ich glaube, beschäftigt zu sein hält mich von wichtigen Dingen ab. Ich finde immer was zu tun für mich, aber das ist komisch. Ich finde es komisch, dass ich das so lange so gut gefunden habe. So, es gab Leute, mit denen ich 2017, 2018 abgehangen habe. Und die hatten dann auch, die waren dann auch beschäftigt. Und dann wollte ich auch unbedingt beschäftigt sein. Und dann kam es zu diesem Teufelskreis, bei dem ich halt irgendwie immer das Gefühl hatte, ich war der King of the Hill. Ich war der beschäftigste Typ. Äh, niemand hatte so viel zu tun wie ich. Wow, bin ich cool. Ähm, ne, und irgendwas, es hatte irgendwie was mit diesem Selbstbild zu tun, aber es hatte auch voll viel mit diesem Fremdbild zu tun. Von wegen, oh mein Gott, Niklas ist so fantastisch, der hat immer so viel zu tun. Ähm, krass, dass der mit mir jetzt Zeit verbringt. Und ich war so, krass, dass ich mit dir jetzt Zeit verbringe. Ähm, das ist wirklich, also, ne, jetzt denke ich mir, oh mein Gott. Ähm, ich finde es jetzt so geil, auch darüber reden zu können, dass ich zocke oder dass ich abends mit Leuten weggehe oder so. Und damals hatte ich dieses Idealbild für mich formuliert, je mehr ich arbeite, desto besser. Ähm, und, ne, ich hatte auch irgendwie den Anspruch, mich selbst ausprobieren zu wollen und halt auch mal ein bisschen Podcast zu machen, auch mal ein bisschen Uniradio zu machen und so. Und das war auch wichtig, ähm, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, aber ich hatte irgendwie so eine, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, ich war irgendwie so angespannt in der Hinsicht. So, es ging nicht anders. Und mir wurde dann auch hinterhergesagt, dass ich so, ich glaube, das war Dezember 2018, als ich irgendwie in so einer Uniradiositzung saß und dann haben die Leute gedacht, sie konnten nicht mit mir reden, weil ich irgendwie so angespannt war. So, ich hatte so viele Sachen, über die ich nachgedacht habe und so. Und voll viele Sachen habe ich dann nicht davon richtig gemacht oder sowas. Aber es ging einfach darum, beschäftigt zu sein, anstatt die Dinge zu machen, bei denen ich das Gefühl habe, die sollte ich jetzt eigentlich tun. Und dann war ich auf Hawaii für zwei Wochen und dann kam ich wieder und dann war, glaube ich, vieles besser. Aber ja, ich glaube, das ist eine Sache. Und ich habe auch jetzt immer noch das Gefühl, ich verbinde diese Ideologie mit einer positiven Konnotation. So, es geht schon ein bisschen darum, dass ich das immer noch geil finde. Und ich finde das nicht grundsätzlich schlecht, aber ich glaube, ich könnte eine etwas gesündere Beziehung noch dazu aufbauen. So, ich merke ja, wie viel Spaß es mir macht, auch einfach mit Leuten ein bisschen abzuhängen und einfach nur zu sein. So, ich glaube, dass ich mir das noch mehr erlauben kann. Und deswegen ist es auch ein Konzept, das ich hier anbringen möchte, weil ich glaube, ja, weil es mir in anderer Hinsicht so andersrum gedacht, geht es mir dann immer besser, wenn ich das tue. Und deswegen glaube ich, wäre es schön, wenn ich quasi so richtig produktive Zeit habe und dann die Sachen aber auch beiseite legen kann, anstatt das Gefühl zu haben, wenn ich immer so ein bisschen beschäftigt bin, dann kriege ich richtig was gebacken. Aber das stimmt ja gar nicht. Ja, ich muss sagen, mir ist es auch ziemlich unangenehm, wenn die Leute immer sagen, dass sie so beschäftigt sind. Ich finde das ehrlich gesagt, das stresst dann einfach andere Leute mit. Das ist so, selbst wenn du beschäftigt bist, dann mach halt dein Ding. Aber lass die anderen Leute so ein bisschen in Ruhe. Ja, lass in Ruhe, ja. Und entspann dich halt mal ein bisschen, weil es ist deine Entscheidung, womit ich bei meinem nächsten Konzept bin. Das ich eigentlich anders einleiten wollte, aber ich dachte gerade so, es passt eigentlich ganz gut. Also eine Frage, die ich mir öfters mal stelle, wo ich so merke, da werde ich auch sehr schnell frustriert, wenn ich merke, dass es nicht funktioniert, ist so die Frage, wer bestimmt denn eigentlich über meine Zeit? Also welche Institutionen, welche Positionen oder welche Menschen bestimmen denn eigentlich über meine Zeit? Und ich merke so, dass ich sehr schnell frustriert werde, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Und es kann sein, dass jemand absagt, aber es kann auch einfach sein, dass ich einen Unterricht habe, zu dem ich eigentlich nicht gehen möchte. Und manchmal denke ich mir bei so Leuten, die dann immer wieder so betonen, dass sie keine Zeit haben oder so von Termin zu Termin rushen, dass die einfach nicht drüber nachdenken, und dass sie doch über ihre eigene Zeit eigentlich entscheiden. Und eine Nicht-Entscheidung zu treffen, ist halt leider auch einfach eine Entscheidung. Und dann werde ich immer so ein bisschen frustriert und traurig. Und ich bin mir sicher, dass ich da auch nicht immer konsequent bin, aber das dachte ich mir jetzt nämlich auch, als ich dann so frustriert war, weil ich zwei Tage lang nichts gemacht habe, dachte ich so, ja, aber es ist halt irgendwie meine Entscheidung. Und jetzt muss ich es irgendwie ausbaden, aber das bringt jetzt nichts, jeden Tag um fünf Uhr aufzustehen und mich so mega zu stressen oder bis um zehn zu arbeiten. Weil dann bin ich am Montag völlig am Arsch und das bringt mir nichts. Aber ich kann immer noch nächste Woche anders planen, als ich es vor hatte zu planen. Ja, ich weiß, dass bei mir sowas halt auch immer damit zu tun hatte, dann, das ist Teil meiner Identität. So, dann kann ich das, das ist irgendwie etwas, das ich nach außen strahle oder sowas. Und, also mittlerweile schmeckt mir das gar nicht mehr. Ja. Also mittlerweile habe ich halt das Gefühl, du bist immer noch beschäftigt, aber du bist viel entspannter damit. Und das ist so ein bisschen das, was mich, glaube ich, dann häufig irgendwie stört, ist, dass die Leute sich dadurch halt einfach so stressen lassen. Und ich denke mir so, ja, aber du hast dich dafür entschieden. Also lebe mit dieser Entscheidung. Genau, aber irgendwie mögen die das ja auch so. Sie mögen es sagen zu können, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss mich noch um meinen ganzen Scheiß kümmern. Ja, aber damit kriegen die halt kein Mitleid mehr von mir. Okay, machen wir weiter. Okay, willst du weitermachen? Nee, nee, du hast hinterhängt. Ich wollte eigentlich mein anderes Konzept noch eigentlich davor sagen, aber ich sage es jetzt einfach deswegen jetzt nicht schnell, ist, dass ich, wenn ich merke, dass ich mich über Leute aufrege, jetzt auch wie in dieser Situation, oder wenn mir jemand absagt, oder wenn jemand irgendwie Blöde mehr ist oder so, dann nerve ich mich über diese Menschen. Und dann versuche ich mich eher so häufig darauf zurückzubesinnen, warum ich mich denn jetzt aufrege. Warum rege ich mich jetzt denn darüber auf, dass diese Person so krass beschäftigt bin? Und das ist auch eher so eine Mahnung an mich, weil ich doch weiß, ganz viele Dinge haben gar nicht mit den Leuten zu tun, sondern mit mir. Oder dass ich unsicher bin, dass ich unzufrieden bin, oder dass ich eigentlich halt am liebsten selbst, immer meine Zeit entscheide. Und wenn dann halt jemand kommt und sagt, nee, ich kann da nicht, oder nee, ich sage es jetzt irgendwie ab oder so, und ich hatte das so geplant, dann werde ich sehr schnell frustriert. Aber das ist sozusagen ein Problem, das bei mir liegt und nicht bei der anderen Person. Und darum versuche ich den Frust manchmal zu überprüfen und zu sagen, ist wirklich die andere Person das Problem, oder bin ich das Problem? Und meistens sind wir dann doch selbst irgendwie das Problem. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe über sowas neulich auch mir wieder Gedanken gemacht. Ah, das hängt auch mit dem Zitat zusammen, das ich neulich geschickt habe. Ich finde, das passt da sehr gut dazu. Dass du es so heute geschickt hast? Nee, ich glaube, das war nicht heute. Das war gestern, oder? Nee, es war heute. Heute um halb eins. Promise yourself that you will assume you are the root of your problems next time you get upset. Ja, genau. Aber das kommt aus irgendeinem, ist egal. Ja, so ein bisschen damit hat es zu tun. Das ist mir heute nochmal so in Erinnerung gerufen worden. Aber das ist auch tatsächlich was, was ich schon länger versuche. Aber es funktioniert manchmal besser, manchmal weniger. Ja, ich glaube, es würde dir generell auch manchmal ein bisschen gut tun, zu sagen, das ist mir jetzt scheißegal. Ja, ich habe das Gefühl, im Moment bist du häufig so, ja, wie kann es sein? Und vielleicht ebbt das schnell ab oder manchmal beeinflusst dich das wahrscheinlich auch längerfristig. Aber ich glaube, so einfach grundsätzlich ein bisschen mehr eine Bullshit-Einstellung oder so zu bekommen, so von wegen, ach, kümmere ich mich lieber um was anderes. Ich glaube, das könnte dir vielleicht auch ganz gut tun. Ja, ich glaube, man muss so eine Balance finden zwischen Wut, die irgendwie produktiv ist. Weil ich glaube, das gibt es auf jeden Fall. Bei Dingen, die man ändern kann. Aber manchmal merke ich doch so, es gibt Dinge, die mich einfach zu oft frustrieren. Da könnte ich ein bisschen entspannter sein. Wahrscheinlich. Okay, du bist dran. Okay. Ich habe vor etwas über einen Monat so einen Podcast gehört, über Goalwebs. Also der Podcast heißt The Inforium. Und seitdem ich den gehört habe, geht mir dieses Konzept nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Also Goalwebs bezeichnet quasi Sachen, die irgendwie zusammengehören. Und die Anekdote von dem Typen im Podcast war, ich interessiere mich irgendwie für Pixelart, ich spiele gern Piano, ich kann gut programmieren und ich interessiere mich irgendwie für Schreiben. Also was ist etwas, das das alles irgendwie zusammenfügt? Und für ihn war das, ein Indie-Game zu entwickeln, weil das irgendwie alles darunter vereint. Und andersrum gedacht, was sind quasi große Karriereziele und wie kann ich das herunterbrechen? Also wenn ich zum Beispiel CEO sein möchte, was heißt das, dass ich irgendwie gut mit Mitarbeitern umgehen kann, dass ich einen guten Führungsstil habe, dass ich sorgfältig mit Ressourcen umgehe, dass ich irgendeine Vision habe und die gut kommunizieren kann, dass ich Soft-Skills habe, Marketing und so weiter, dafür ein Verständnis habe. Und das hat bei mir so ein bisschen ausgelöst, was will ich eigentlich? Und kümmere ich mich um dieses große Ziel? Natürlich ist so ein Thema von den Folgen oder von God's and Gossip und meinem Leben insgesamt, dass ich irgendwie dieses große Ziel für mich noch nicht so richtig formulieren kann. Aber andersrum könnte ich ja vielleicht auch mal schauen, was sind diese kleinen Dinge, die ich momentan tue und die ich vielleicht auch gut mache und worin könnte das münden, worin könnte das kulminieren? Und das ist irgendwie voll das interessante Konzept. Ja, und das geht mir immer wieder durch den Kopf. Ich glaube, darüber würde ich mir gerne noch mal so richtig intensiv Gedanken machen. Was sind denn die Sachen, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe und die mir besonders gut gefallen haben? Und wie könnte mich das irgendwie zu etwas Neuem leiten, was ich jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habe? So, genau. Das ist, finde ich, eine interessante Überlegung. Ich finde das interessant, weil wir ja auch über diese Folge schon mal gesprochen haben und ich ja sowas Ähnliches für mich gemacht habe, nur andersrum gedacht. Sozusagen ausgegangen von dem, was ich machen möchte, also was Theaterregie führen ist und was dann sozusagen die Stränge sind, die du ja sozusagen für dich zusammensuchen würdest. Und da habe ich mal angefangen, auch so eine Übersicht zu machen. Aber ich bin noch längst nicht damit fertig. wo ich das Gefühl habe, also einerseits ist es natürlich sozusagen, das Ziel zu finden und sozusagen die Grundlage schon so ein bisschen zu haben oder zu gucken, welche Überschneidungen gibt es. Aber andererseits ist es natürlich irgendwie auch super praktisch, um eine Zielsetzung auszufüllen. Also indem man dann halt guckt, ja, welche Fähigkeiten brauche ich denn, um Architekt zu sein oder was weiß ich. Und in dem Zusammenhang habe ich auch noch so eine Sache, wo ich so dachte, ich kann nicht glauben, dass ich das, ich setze mich so lange damit auseinander, wie man Ziele formuliert. Und ich habe es einfach nicht verstanden, dass das Einfachste ist. Du überlegst dir einfach ein Ziel, das du in fünf Jahren hast oder in zehn Jahren hast und dann überlegst du dir, was du dafür in einem Jahr machen musst und dann überlegst du dir, was du dafür in einem Monat oder in drei Monaten machen musst. Und dann, also dass du immer so Rückschrittig gehst. Und ich habe das im Sommer zum ersten Mal gemacht und ich war immer so, ich kann mir keine Ziele formulieren, wie soll das dann gehen? Und plötzlich ging es einfach. Ich habe mich da zwei Stunden an den Laptop gesetzt und plötzlich hat das so viel Sinn gemacht für mich. Und ich bin, mit dem bin ich auch noch nicht fertig, aber wo ich es einfach so merke, ich kann nicht, also womit wir wieder bei diesen Erkenntnissen werden, ich kann nicht glauben, dass ich das früher nicht, ich wusste das, aber es ist nicht in mich reingegangen. Es ist so nicht, ich dachte nicht, dass es auf mich zutrifft. Wissen und Verstehen sind zwei verschiedene Dinge. Ja, also ich glaube, in der Hinsicht, wenn die Leute so weit in die Folge reingehört haben, vielleicht wäre es cool, diese Mindmap oder was du da geschrieben hast, vielleicht auch in die Shownotes zu packen, dass die Leute sich das mal angucken können, wenn du nichts dagegen hast. Ja, können wir gerne machen oder wir machen eine Zielefolge. Okay, wir bauen anscheinend schon die Folgeliste für Staffel 3. Zielefolge. Okay. Gut, dass du das alles mitschreibst, dann muss ich das nicht machen. Okidoki. Das war tatsächlich mein letztes Konzept. Du bist dran. Ja, okay. Machen wir es, das nächste Konzept handelt von Sport und von Firas Sahabi gibt es drei Regeln für eine gute Workout-Mentalität und die finde ich ziemlich interessant. Mentalität Nummer 1. You have to make working out addictive. Also es geht irgendwie darum, einen Flow-Zustand beim Sport zu erreichen. Das heißt irgendwie, die richtige Schwierigkeit beim Training zu finden. Workout sollten Spaß machen und irgendwie süchtig machen, in Anführungszeichen, sodass du nichts anderes machen kannst, als dich zur Finish Line irgendwie zu bringen. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Zweite Mentalität. The only goal is to come back tomorrow. Und die Anekdote ist, kennst du das, wenn du irgendwie eine Serie anschaust und du kannst es nicht erwarten, morgen die nächste Episode anzugucken. Und genau so sollte sich Training auch anfühlen. Und ich glaube, wenn du die richtige Art zu trainieren findest für dich, dann ist das auch so. Dann bist du so, oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, das Echo-Workout oder so als nächstes zu machen. Also ich kann jetzt nicht bestreiten, dass es mir die letzten Wochen nicht so ging. Genau. Und das ist noch eine Sache, die auch für dich vielleicht interessant sein könnte. Die dritte Mentalität ist, intense training only on very specific occasions. Und der Coach sagt, dass hochintensive Trainings auf jeden Fall irgendwie einen Platz haben. Aber das Beispiel, das da angebracht wird, ist, es gibt professionelle Wrestler und die russischen Wrestler pushen sich nur ans Limit, kurz bevor es zum Wettkampf kommt. Und die sind halt bekannt dafür, dass sie sehr konsistente Erfolge feiern. Währenddessen haben die amerikanischen Wrestler sogenannte Play Trainings. Ach nee, genau. Also die Russen haben Play Trainings, wo es auch zum Teil eben einfach nur darum geht, sich nicht zu pushen. Und US Wrestler, die gehen ans Limit bei jeder Session. Und die sind nicht so erfolgreich wie die russischen. Und ich finde, das ist ein ziemlich interessantes Konzept. So bei mir geht es zum Beispiel darum, ich, wenn ich laufen gehe, dann ist es eigentlich immer nur für so ein bestimmtes Ziel, für ein 5K oder für ein 10K. Oder wenn ich nächstes Jahr irgendwann mal meinen Halbmarathon mache, dann trainiere ich quasi auf diesen Halbmarathon hin. Und ansonsten gehe ich kaum richtig laufen. Und irgendwie würde ich es für mich selbst zum Beispiel gerne schaffen, regelmäßiger laufen zu gehen, weil ich das irgendwie schon ganz cool finde. Also ich finde es nicht scheiße wie andere Leute. Aber irgendwie schaffe ich es nicht, auch auf so einem normalen Niveau einfach ab und zu laufen zu gehen, sondern es ist immer nur so mit diesem Ziel im Kopf. Genau. Und das ist auch ein, finde ich, interessantes Konzept. Was sagst du? Ja, total. Ich habe, also einer meiner Lieblings-Youtuber, TheUnlazyWay, ich kann euch nur sagen, checkt ihn aus, der hat eigentlich auf einen Ultramarathon trainiert, also ein Ultra, nee, kein Ultramarathon, sondern ein Ultraman. Ultraman, glaube ich. Ultraman, ja, genau. Er trainiert und der hat es halt hinbekommen, also der hat es sich selbst gesetzt, weil irgendwie was ausgefallen ist und er hat irgendein Ziel gebraucht und hat sich dann sozusagen, ich glaube, eigentlich hätte er erst jetzt letzte Woche laufen sollen oder schwimmen oder auch Fahrrad fahren, also alle drei Sachen und hat dann aber übertrainiert. Und dann hat er jetzt irgendwie heute so ein, und dann hat er irgendwie, also hat er sich verletzt und sein Schienbein war irgendwie voll am Arsch und hat das um zwei Wochen verschoben, hat Pause gemacht und hat jetzt heute, glaube ich, oder gestern nochmal ein Video hochgeladen, wo er dann sagt, okay, ich habe es jetzt abgesagt, weil das ist einfach, also sozusagen das Ziel war, nicht so sehr den Ultraman zu machen, sondern eher in eine Regelmäßigkeit reinzukommen und sich an Grenzen zu bringen und so, und das hat total funktioniert. Aber er ist einfach übertrainiert, er kann das jetzt im Moment nicht, sondern irgendwann anders. So, der hat das auch irgendwie, ich glaube, zwei Monate oder so irgendwie trainiert, also das ist schon richtig krass. Und dann hat er so ein Video gemacht, wie er zum ersten Mal einfach so zum Spaß laufen gegangen ist und das hat dem halt so richtig Bock gemacht, weil er so einfach nur für sich laufen gegangen ist und nicht so sehr, weil er an dieses Ziel gedacht hat oder für irgendwas trainiert hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig beim Sport, dass man nicht immer trainiert, sondern manchmal ist man einfach da, um irgendwie Spaß zu haben. Ja. Das ist schön. So, hast du noch mehr Konzepte? Noch zwei. Okay. Das nächste Konzept ist irgendwie, fünf Minuten am Tag zu finden, in denen man an etwas arbeiten kann. Und, ähm, so, es gibt quasi fünf Wege und die gehe ich einfach mal schnell durch. Also der erste Tipp ist irgendwie, für sich selbst herauszufinden, wie viel man in einem bestimmten Areal machen kann und auch will, ohne sich zu erschöpfen. Also, ähm, das Ding ist zum Beispiel, the goal should be to end the session before you feel tired. Also wenn du zum Beispiel, wenn es zum Beispiel darum geht, eine neue Sprache zu lernen oder so. Ähm, das heißt, du kannst dich an etwas ransetzen und produktiv sein und so lange machen, solange du dich irgendwie frisch fühlst. Ähm, ohne es eben zu übertreiben. Der zweite Tipp ist, dass man eben akzeptieren sollte, dass man in den meisten Bereichen des Lebens irgendwie nichts Signifikantes erreichen kann innerhalb von einem Tag oder einer Woche. Ähm, und deswegen macht es auch keinen Sinn, irgendwie sich an die Grenzen zu treiben oder so, sondern lieber zu schaffen, hey, äh, ich etabliere etwas, an dem ich jeden Tag konsistent weiterarbeiten kann, ohne mich eben zu erschöpfen. Ähm, und was ich da zum Beispiel extrem wichtig finde, ist, dass man irgendwie wasted minutes findet. Also, Zeiten an einem Tag, die du eigentlich verschwendest. Ähm, und daraus dann vielleicht so einen 5-Minuten-Workout machst. Aber Workout nicht unbedingt physisch, sondern eben auch vielleicht mental. Ähm, wenn du zum Beispiel irgendwie zwei Stunden vor dem Bett gehen, eben noch aufs Handy schaust, kannst du 5 Minuten von diesen zwei Stunden noch irgendwie dafür benutzen, noch auf Duolingo eine Session zu machen oder sowas. Äh, oder ein paar Push-Ups oder irgendwie so etwas. Also quasi irgendwie Zeiten zu identifizieren, in denen man eben ein bisschen effektiver sein kann. Ähm, genau. 5 Minuten ist da natürlich auch, äh, künstlich. Also, ne, man kann für sich voll selbst entscheiden, wie viel man tatsächlich in einer Fähigkeit weiterarbeiten will. Ähm, und ich glaube, das kann man auch voll gut anpassen. Und ich glaube, wenn man halt an einer, an einer Fähigkeit immer nur so ein bisschen arbeitet, dann muss man nicht auch immer die großen, die Punkte miteinander verbinden. So von wegen, ich kann jetzt auch einfach ein bisschen daran arbeiten und ich weiß noch nicht genau, wo es mich hinführt. Und eine Sache, die mir da zum Beispiel bei mir selbst einfällt, ist, ich würde zum Beispiel gerne mehr Digital Illustration und sowas machen. Deswegen, ne, finde ich ja diese Idee so interessant, so ein iPad zu haben mit so einem Apple Pencil oder so, weil ich einfach gerne ein bisschen zeichnen wollen würde. Ähm, aber eben digital, weil ich das richtig cool finde. und wenn ich das jetzt anfangen würde, was ich glaube ich auch irgendwann bald machen werde, ähm, dann kann ich noch nicht sagen, werde ich irgendwann professioneller Digital Illustrator oder so, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es geht einfach darum, mich jeden Tag hinzusetzen und einfach mal zu schauen, was das mit mir macht und ob es mir nach ein paar Tagen und Wochen und Monaten immer noch Spaß macht. Und ich glaube, dass sich dann das aber auch von sich aus einrenken wird, so nach ein paar Wochen und werde ich Ergebnisse sehen. Ähm, und ich glaube, dass das okay ist. Und ich glaube, worum es mir da geht, ist, als ich das gelesen habe, dass man nicht immer so einen krassen Anspruch haben muss. Ich glaube, es geht nicht immer darum, möglichst effektiv und möglichst viel in irgendetwas reinzustecken, sondern, dass man theoretisch auch einfach ein bisschen daran arbeiten kann. Und ich glaube, bei dir, für mich fällt sich das, fällt mir da ein, dieses Aufräumen oder so. Jeden Tag einfach ein bisschen was zu machen für sich selbst, weil es sich gut anfühlt, weil es nicht erschöpfend ist. Ich muss nicht jeden Tag fünf Stunden aufräumen, aber vielleicht fünf Minuten. Vielleicht würde mir das gut tun. Ähm, voll. Ich habe, muss auch bei diesem, bei dem unnütze Zeit Identifizieren dran denken, wie viele Leute eigentlich auch in der Bahn einfach da sitzen und am Handy sind. Und ich bin heute eine Dreiviertelstunde Bahn gefahren oder unterwegs gewesen, einen Weg, und ich habe einfach eine halbe Stunde lesen können und ich denke mir manchmal so, was bringt es mir jetzt am Handy? Also das ist natürlich irgendwie, das war auch erstmal Arbeit, so da hinzukommen, aber manchmal denkt man sich ja auch so, ich finde keine andere Zeit, aber zum Beispiel esse ich ganz häufig alleine. So, und manchmal lese ich dabei ähm, und lerne das irgendwie auch so ein bisschen weiter. Ähm, ich finde es dann nur ein bisschen frustrierend, gerade wenn wir irgendwie über wirklich, also so zum Beispiel zeichnen oder illustrieren reden, ähm, dass man ja am Anfang so richtig schlecht ist. Ähm, und man hat ja immer ein Ergebnis, anders als beim Lesen, so, da kann man sich irgendwie so selbst so ein bisschen bescheißen und ist dann so, ja, ich habe halt ein ganzes Buch gelesen, so, äh, aber beim Zeichnen finde ich das schon richtig hart, weil man da ja auch schon richtig lernen muss und ich weiß zum Beispiel nicht, ob in der Sache fünf Minuten reichen würden. Mhm. Aber besser als nichts. Ja, und das ist ja gerade so der große Unterschied, gerade mache ich es halt gar nicht und wenn ich das so interessant finde, wäre es vielleicht gut, ein niedrigschwelliges Ding zu machen, aber wahrscheinlich wird da eine Monatsherausforderung draus oder so und dann könnte ich wieder mit meinen eigenen Schatten springen und das dann jeden Tag posten, egal wie schlimm es ist und dann einfach mal gucken, was die Leute so davon halten. Und das Coole daran ist ja, dass es dann so, dass so eine Kettenreaktion einsetzt, wenn du es lang genug machst, weil das merke ich jetzt gerade zum Beispiel beim Aufräumen ist so, irgendwann habe ich halt in meinem Zimmer nichts mehr aufzuräumen, weil ich gestern Abend aufgeräumt habe und dann fange ich an, das Bad zu putzen und plötzlich merkt man, dass das halbe Bad in zehn Minuten geputzt ist und das ist halt irgendwie geil. Ja, finde ich auch. Okay, letztes Konzept ist von Laura Vendekam, ich bin ja Fan und es geht darum, to feel a whole lot happier, acknowledge when things are just fine. und da geht es darum, es gibt quasi den Negativity Bias, dass vor allem Erwachsene irgendwie gerne auf besonders negative Sachen besonders aufmerksam schauen und dass man eben auch mehr Aufmerksamkeit schenkt, was negative News angeht, was negative Informationen angeht und auch wenn man Entscheidungen trifft, achtet man vielleicht auch eher auf diese negativen Dinge. Und um das zu unterbrechen, empfiehlt sie einfach mindful darüber zu sein, wenn diese Negativität nicht da ist. So einfach mal zu überlegen, wow, das ist ein schöner Moment oder wow, gerade geht es mir gut oder sowas. Und irgendwie ist es wahrscheinlich so eine Art Win-Win, wenn du das quasi checkst, dann bist du nicht nur nicht unglücklich, sondern du bist jetzt glücklich darüber, dass du glücklich bist. Und das finde ich irgendwie voll schön. Und ich glaube, das hat auch was mit dieser Mindfulness zu tun, so von wegen einfach ein bisschen bewusster zu schauen, was ich eigentlich den ganzen Tag über mache. Und ich bin einer, der halt irgendwie dann die ganze Zeit so rumwuselt und irgendwie in diesen Sachen drin ist. Und das ist, glaube ich, eine krasseste Sache, die ich in meinen Meditationsstreaks halt immer an mir beobachten konnte, dass ich nicht so sehr im Moment bin, sondern auch mal vollen Schritt zurückgehen konnte und auf die Situation blicken und einfach mal gucken, ah, das passiert jetzt gerade. Ah, so geht es mir gerade. Oder irgendwie sowas. Und das ist, finde ich auch richtig schön. Also das, so wenn ich, so wie ich gerade drüber rede, denke ich, ah, Mist, eigentlich müsste ich wieder so richtige schöne Meditationsstreaks für mich aufbauen, weil ich das schon richtig schön fand, als ich das an mir selbst irgendwie beobachten konnte. Ja. Go meditate, kids. Richtig. Okay, das waren die Konzepte. Irgendwelche abschließenden Worte. It was a lot. Ich finde, wir haben über sehr viele Dinge geredet, die wir teilweise auch schon erwähnt haben, aber ich finde trotzdem, ist das krass irgendwie, ich glaube, diese Folge wird richtig viel Arbeit für mich. Ja. Aber das ist auch okay. Äh, ja. Genau, also, das nehmen wir jetzt vielleicht auch für den Anfang auf. Leute, alles, was wir erwähnen, findet man in den Shownotes. Also, ihr müsst nicht irgendwie versuchen mitzuschreiben, oder demotiviert zu werden, äh, weil es so viel ist. Äh, es steht alles da, ne? Also schaut es euch gerne in Ruhe an. Genug Kürtik für alle. Genau. Okay, sollen wir an dieser, äh, Stelle zu den Challenges? Oh mein Gott, du willst jetzt noch über die Challenges reden. Unsere Wochen-Challenges. Ähm, okay, Wochen-Challenges können wir auf jeden Fall machen. Fang du bitte an. Die Monats-Challenge, oder? Mhm. Okay, also, wir müssen ja zwei besprechen, beziehungsweise in der zweiten bin ich gerade so richtig drin. Ähm, okay, letzt, vor, doch letzte Woche habe ich, äh, einen Mealplan gemacht, ähm, und habe mir für jeden Tag aufgeschrieben, was ich da esse. Äh, und ich habe auch tatsächlich, überraschenderweise, hat sich eingesetzt, dass ich Haferflocken wieder gut finde, was mich total überrascht hat. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie fünf von sieben Tagen, habe ich Haferflocken gegessen, was echt viel ist. Ähm, und ich habe gemerkt, dass wenn ich zu Hause bin, ist es total praktisch, weil ich dann einfach den Kühlschrank aufmache, ich weiß, was ich aufwärmen muss, und dann esse ich das einfach. Ähm, wenn meine Tage so ein bisschen mehr durcheinander sind und ich nicht die ganze Zeit äh, zu Hause bin, dann funktioniert es nicht so gut. Ähm, und ich habe mich auch nicht zu 100 Prozent dran gehalten, ich habe am Wochenende Sachen neu gekocht, was ich aber irgendwie völlig legitim finde. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mit Kochen prokrastiniere, und was letzte Woche irgendwie total gut für mich funktioniert hat, ähm, wollte ich diese Woche weiter fortführen und diese Woche bin ich komplett daran gescheitert. Ähm, und irgendwie sind jetzt lauter Reste in meinem Kühlschrank und ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll und muss sie eigentlich wegessen, aber ich habe einen Mealplan. So, das ist so gerade das Dilemma, in dem ich im Moment bin. Ähm, aber das ist eher so für die Zukunft. Und die nächste Challenge, die ich mir dann vorgenommen habe, war, dass ich, ich habe ja angefangen mit dieser, also meine Monatschallenge ist diese 10 Minuten pro Tag aufräumen und das will ich als Teil meiner Abendroutine etablieren. Also ich habe eine Erinnerung, jeden Abend so kurz nach neun, dass ich 10 Minuten aufräume, dann stelle ich einen Wecker, höre irgendwie was und dann räume ich schnell auf. Ähm, manchmal geht es länger, das ist total angenehm, äh, weil man so irgendwie so reinkommt. Dann denkt man sich so, okay, jetzt mache ich das noch schnell und das noch schnell und dann ist die Wohnung super sauber. Ähm, und dann wollte ich eben anfangen, dass ich im Anschluss daran auch anfange, so nochmal den Tagesplan anzugucken oder Tag nochmal zu planen, ähm, weil ich jetzt auch angefangen habe, diese Bullet Journal Methode für mich anzuwenden. Ähm, und grundsätzlich mache ich das total gerne, aber ich, wie gesagt, wie ich jetzt auch schon dreimal erwähnt habe, diese Folge ist, ähm, war es die letzten Tage nicht so gut und dann stellt sich halt das ein, was du schon beschrieben hast, dass ich lauter Pfeile mache und das auf den nächsten Tag verschiebe und wieder auf den nächsten Tag und wieder auf den nächsten Tag und es ist nicht so geil. Aber naja. Aber ich bin ja auch noch mittendrin. So. What about you? Genau. Also meine letzte Wochenchallenge war 100% Timeblocking und mich an den Kalender zu halten und, ähm, ich finde, es ist einfach ein richtig schöner Prozess, mir zu überlegen, ah, okay, das habe ich jetzt alles zu tun, wann kann, wann nehme ich mir die Zeit dafür und wann mache ich das? Ähm, und an den meisten, an die meisten Dinge habe ich mich auch tatsächlich gehalten, wann ich irgendwie mit dem Auto dorthin fahre und dorthin fahre, wann ich mir aktiv Zeit für die Leute nehme, ähm, wann ich mich irgendwie an meine Jobsetze und so. Das Einzige, was ich mal wieder nicht so richtig gemacht habe, war, mich an meine Seminararbeiten so, zu halten. So. Ich habe mich dann immer ein bisschen damit getröstet, dass ich jetzt halt wieder geplant habe und nochmal die Notizen oder die Folien durchgegangen bin und so. Ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber ich habe einfach nicht genug gemacht. Ähm, und das hat sich dann natürlich gerecht, als ich dann Anfang der Woche äh, fast gar nicht beim Set war, weil ich zum Glück aber auch gemerkt habe, dass die Zahnräder auch so ineinander greifen. Ähm, Sonst wäre ich wahrscheinlich zum Arzt gerannt und hätte mir einen Attest geholt oder so, äh, um noch zwei, drei Tage mehr Zeit zu haben. Ähm, das ist schade gewesen, aber davon abgesehen fand ich es richtig cool, einfach klare Termine zu haben. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich richtig daran interessiert war, hey, wann kann ich das denn bei dir abholen, wann kann ich denn da hinkommen und das ausleihen, äh, wann gehe ich denn dorthin, wann habe ich diese Meetings und diese Sicherheit zu haben, ähm, war super. Und auch wenn dann Sachen noch dazwischen gekommen sind, wie eben die Skype-Gespräche mit meinem Chef oder so, dann habe ich das irgendwie noch unterbringen können, ohne Probleme und das war richtig nice. Meine Challenge für diese Woche ist, jeden Tag einen Instagram-Post zu machen, weil ich mir dachte, ah ja, ich habe irgendwie schon lange nichts mehr gepostet und so und, ähm, eigentlich mag ich das soziale Netzwerk ja eigentlich auch ziemlich gerne, ähm, und dann habe ich mir so, als ich darüber mir Gedanken gemacht habe, was mein erster Post wird, habe ich dann gedacht, ich nehme einfach eine Woche und mache jeden Tag irgendwie so einen kleinen Rückblick auf einen Moment in einem Jahr und fange bis 2014 an, weil dann quasi die Schule vorbei war und gehe bis 2020 vor und irgendwie macht es Spaß. Also das ist auch so eine Art von kreativen Output, den ich irgendwie ganz gerne mag und gerade klappt es auch ganz gut. Also ist schön. Ja. In dieser Folge werden mir bewusst, was für ein digitaler Mensch du bist. Wirklich. Ich kenne niemanden, der so digital ist wie du. Also das ist nicht negativ, sondern irgendwie eine Beobachtung. Ja, ich weiß noch, Stefan, eine der ersten Sprüche, den Stefan mir gegenüber gebracht hat, war so, dass ich der Inbegriff des Digital Natives bin, was ich irgendwie ganz witzig fand und irgendwie hatte vielleicht auch damit recht. Okay, Monatschallenges. Was geht denn bei dir? Jeden Tag 10 Minuten aufräumen und sortieren. Wie kann man das verstehen? Also ich habe es jetzt bis auf einmal immer geschafft und wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, also das eine, was sich einsetzt, ist natürlich, dass man anfängt aufzuräumen und danach weiter aufräumt. Das ist schon mal sehr praktisch. Das andere ist, dass man plötzlich eine super sauber, also nicht sauber, aber eine aufgeräumte Wohnung oder ein Zimmer hat und man sich so denkt, zehn Minuten? Zehn Minuten, wirklich? Und vor allem, dass ich dann irgendwie auch so anfange, irgendwie einfach das Bad zu putzen, weil ich noch irgendwie sieben Minuten Zeit habe und mein Zimmer ist halt in drei Minuten aufgeräumt. Und das finde ich ziemlich geil, ehrlich gesagt. Das macht schon sehr viel Spaß. und es ist auch so ein bisschen Teil halt von so Abschluss des Abends und Handy kommt auf den Tisch und ich lese noch ein bisschen und das finde ich total angenehm. Nice. Und ich hoffe, ich behalte es bei. Weil ich finde es sehr nützlich. Das klingt auch so. Und du? Meine Monatschallenge ist, jeden Tag ins Wasser zu springen und wir sind jetzt an Tag 17 von dem Monat und ich bin bei Tag 12 von der Challenge. Ich habe es also ein paar Tage nicht gemacht und es fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an, es zu tun und es ist irgendwie auch spaßig, dass jetzt ein paar mal die Leute auch irgendwie mitmachen wollten, die bei mir irgendwie jetzt da sind. Finde ich irgendwie cool und ich hatte auch das Gefühl, dass ich Leute animiert habe, auch mehr ins Wasser zu gehen, solange es noch warm ist. War irgendwie eine coole Beobachtung und was das mit mir selbst macht, ist, ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen klarer, was meine Entscheidungen angeht. So von wegen, ich bin jetzt nicht so, na, sollte ich das jetzt noch machen? Ich muss jetzt noch ein bisschen darüber nachdenken, sondern ich zähle bis drei und dann springe ich ins Wasser und das übersetzt sich ein bisschen auf, ich zähle bis drei und dann treffe ich eine Entscheidung. Und in der Hinsicht ist das irgendwie gutes Training schon fast so, weil ab und zu habe ich es nicht gemacht, aber an den Tagen, in denen ich es gemacht habe, war es immer noch dieses, jetzt stehe ich vor dem Wasser, der erste Schritt geht rein und es ist kalt und ich mache es trotzdem und das ist voll cool. Also ich bin richtig froh, dass ich das mache und ich habe jetzt schon die Male, die ich im Boden sehe, war insgesamt irgendwie verdoppelt und das ist irgendwie eine nette, nette Beobachtung. Oder das ist ein gutes Bewusstsein, weil ich echt voll selten im Wasser war hier. und das ändere ich jetzt. Ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, die Vorstellung am Wochenende in so einen Tag zu starten, erstmal Sport zu machen, dann ins Wasser zu springen und dann Kaffee zu trinken, das ist ein Traum. Ich finde das so geil. Aber what a nerd am I? Ja, das war ein echt guter Start in den Tag. Genau. Shoutout? Ja. Mein Shoutout der Woche geht an Tristan Harris. Der ist, hat bei Google gearbeitet und ist einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass jetzt diese neue Netflix-Doku The Social Dilemma rausgekommen ist. Er ist auch einer der Protagonisten und er ist der Mitbegründer von dem Center für Humane Technology, weil er jetzt quasi stark an dieser Bewegung beteiligt ist, ein gesünderes Verhältnis zur Technik aufzubauen. Und ich empfehle diese Doku The Social Dilemma sehr, also auf Netflix, auf Deutsch heißt sie Das Dilemma mit den sozialen Medien. Und ja, es war super interessant und ich habe jetzt auch richtig Lust, mich noch mehr mit diesem Typen zu beschäftigen und auch mit den anderen Leuten, die da irgendwie aufgelistet waren, weil ein paar davon kannte ich auch und, also was heißt kennen, also ein paar davon sind mir ein Begriff gewesen. Und ja, ist super interessant und das ist auch ein sehr interessanter Typ. Wir verlinken euch den TED-Talk von ihm und ja, fand ich einfach sehr interessant. Ja. Okay, mein Shoutout ist begründet, aber auch schon sehr häufig passiert, weil das einfach der Typ ist, der mein Leben, glaube ich, die letzten zwei Jahre so krass geprägt hat wie kein anderer fiktiver Mensch. Nicht mal ich. Achso. Also was die Tools angeht und so und das ist einfach der pragmatischste Podcast, den ich kenne. Also an dieser Stelle Shoutout an Tim Ferriss und ich habe auch, ich muss ehrlich sagen, er hat so eine krass mutige Folge rausgebracht und zwar, das ist die Nummer 464, wo er über seine Kindheit spricht und das ist einfach einer der Typen, wo ich mir so denke, Mann, wenn ich groß bin, dann will ich so sein wie du, weil du bist echt ein nicer Dude. Also ohne ihn zu kennen natürlich, aber ich finde, der macht richtig viele gute Sachen und ist ein richtig cooler Typ. Also wirklich, wenn ihr euch diesen Podcast noch nicht angehört habt, dann macht das. Ihr findet irgendwo, findet ihr jemanden, der euch interessiert und das ist wirklich der Podcast, den ich den Leuten ständig schicke. So. Das ist der eine Podcast, den ich immer höre. So immer, wenn ich Zeit habe und darum hört rein, guckt, ob ihr was damit anfangen könnt. und ich kann mega viel damit anfangen und irgendwo ist da eine Person dabei, mit der ihr was anfangen könnt. Ja, Tim Ferriss hat auch einfach krasse Gäste. Das heißt, da findet man wirklich jemanden, von dem man quasi Fan ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist fast 100%. Ja. Nice. Okay, Leute. Wir sind mit der Staffel 2 fertig. Und wir sind sehr traurig. Wir sind traurig. But we will be back. Wir kommen zurück und es wird auch, glaube ich, nicht die letzte Folge dieses Jahr gewesen sein, sage ich jetzt einfach mal. Aber wir brauchen ein bisschen Abstand. Okay. Lasst es ein bisschen einsacken, holt nach, weil ihr habt wahrscheinlich nicht alle Folgen gehört und ja, wir freuen uns darauf, das bald wieder weiterzumachen. Und Lutzia und ich müssen uns bald auch einfach wieder in echt sehen und dann reden wir mal weiter. Und dann nehmen wir einfach so ein paar Special-Folgen auf, wie immer, wenn wir uns sehen. und am besten betrunken. Wir werden sehen. Oh ja, stimmt. Das können wir machen. Okay, an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Bei Goals and Gossip. Das müssen wir echt üben. Ja. Holy shit, das ist eine lange Folge. Bis zum nächsten Mal. Bye, das ist ein paarichtiges.